micro random 7 magic 3 awesomeness so funktioniert awesomeness die it's time so ich habe letztes mal eine kleine ankündigung bekommen in twitter dass man mir ein paket zu sendet und wir fangen gleich an stream bevor wir mit diablo starten mit dem auspacken ja heute in der box habe ich dementsprechend auch ein paket vorgefunden und ich bin sehr gespannt was drin ist ein account in twitter hat mich angeschrieben und da stand das war ein account da der wurde überhaupt nicht benutzt da war nur name und dann eine zahl dahinter so wie eigentlich ein klassischer bot account aussieht und da stand dann drauf ja wie gesagt dass demnächst ein paket kommt und ja da war ich halt sehr erstaunt dass das heute ding dong gemacht hat und tatsächlich ist ein paket gekommen und ich merke gerade ich habe vergessen meine mütze aufzusetzen aber das können wir später machen so seht ihr wenigstens die totale awesomeness ich war auch heute beim friseur am start wer meine einträge in zum beispiel twitter gesehen hat der weiß auch wie das bei mir hinten aussieht wieder alles schön gerade ein bisschen struktur reingebracht und so ich bin sehr zufrieden habe nicht so gut geschlafen ansonsten ist alles fein so und ich habe mich jetzt mit einer schere bewaffnet und werde selbstverständlich jetzt gleich das paket öffnen ich bedanke mich noch mal recht herzlich an denjenigen er mir das paket geschickt hat vielleicht werde ich das auch bereuen danach wäre wir gehen mal schauen so ich bin wirklich gespannt alter ich bin wirklich gespannt das übrigens ein doom t shirt was man damals bei einer aktion gewinnen konnte und weil ich einer der richtig treuen fans war habe ich sogar mehrere t shirts gewonnen weil ich das gewinnspiel mehrmals gewonnen habe sehr sehr nice ich sehe ich dass es ist das siegel hier gebrochen wie ich hier sehe zur hohen ist da ein name drauf nein auch mein herz so vielleicht ist das sogar etwas mit einem akku drauf vielleicht ist das irgendwas elektronisches da bin ich ja gespannt was das sein könnte alter so dann wollen wir das mal öffnen ich weiß gar nicht wo vorne und oben ist schauen wir mal ja wie gesagt in meinem account in in twitch direkt hier in meinem twitch kanal und natürlich auch in youtube und natürlich auch in was ich mir helfen stein da befindet sich ebenfalls jeweils meine postadresse drin das ist also wirklich seriös postkasten ich bin sehr spannend egal was das denn Nee, Digga, das sieht doch schon mal sehr gut aus gerade, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das sieht aus wie ein Controller für meinen PC bzw. Xbox. Ah, kein Zettelchen drin. So, ui, das ist, oi, 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 das ist, äh, das, Alter. Gebt mal was drauf irgendwie, da ist ja irgendeine Klebe, Alter. Der ist so ein bisschen fest, Alter, mal auf der Jacks auf die Packung, die. So, weiter geht's, Alter. Leichte Della am Stizzle, aber ist in Ordnung, ist die Post, ja. So, hier ist noch ein Siegel am Start, sieht brandneu aus. Ja, Starfield Controller, das ist ja von diesem Raumschiff-Game, ne? Wieso ist das ab 18? Nicht mal Dildos sind ab 18, die gar nicht klar passiert. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, gehen wir mal ein bisschen rückwärts, Alter. Und dann kann man zerstören. All into the Starfield. Guckt ihr euch das an. Wunderschön das aussieht. Dankeschön, Alter, ganz großes Dankeschön, ja, wer auch immer du bist, das ist echt ein superschönes Geschenk, Diggi, das hätte ich nicht gedacht, ist ja auch grauläubig brandneu rausgekommen. Geht echt geil aus, Alter, guck dir das bitte an, guck dir das bitte an, ey. Puh, so, schauen wir uns mal genauer an. Oh, sogar zwei Duracell sind in der Packung drin. Wer hätte das gedacht? Ähm, ich kann zum Beispiel von meinem anderen Xbox-Controller einfach, ähm, das, äh, Microsoft, ähm, Akku-Pack, kann ich denn rausmachen, und dann kann ich, ähm, puh, ja, und dann kann ich, äh, das hier von dem, ähm, von der Halo Edition, äh, Controller, kann ich dementsprechend denn das Akku-Pack, äh, wegnehmen, wenn, ähm, der Akku hier mal, ähm, der Duracell mal irgendwann nicht mehr funktionieren sollte. Das ist ja nice, Alter, dass denn da sogar noch in so einem kleinen Päckchen, ähm, noch, ähm, passende Duracells am Start sind. Also, das ist sehr, sehr geil. Also, jetzt guck ich mir mal den Controller noch mal genauer an. Ganz großes, äh, danke noch mal an die Personen da draußen, die mir diesen, äh, geilen, oh, oh. Alter, das ist, das ist Gummierung. Das ist hier hinten eine, eine richtige Gummierung. Das ist alles gummiert. Oh, das fühlt sich viel hochwertiger an, als das normale. Wahnsinn, das ist ja, oh, dieser zarte Gummigeruch und so, absolut geil. Wunderschön. Wunderschön. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr wertig an, wie man das, ähm, wie man das auch kennt. Druckpunkt, stimmt alles. Wunderschöner Controller. Fühlt sich schon an, als ob da ein Akku drin wäre, Alter, krass. Aber nein, ist keiner drin. Xbox Wireless und so. Sogar noch hier im Deckel gibt's sogar noch hier diesen Fall into the Starfield. Und wie scharf meine Kamera ist. Das sind 4K. Aber es wird runtergerechnet auf 1080p, weil wir sind ja hier auf. Bitch. Vielleicht möchte ich nur so anmerken. Bitch. So, gucken wir uns den nochmal an. Sehr, sehr geil. Guckt euch das bitte an, da oben, diese Druckknöpfe, wie die, wie die da sind und so. Man kann so ein bisschen die Technik durchsehen. Das sieht ultra stylisch aus. Absolut geil, Alter. Wunderschönes Modell. Guckt euch die Schärfe an, Digi. Guckt euch die Schärfe an. Die Bomben schafft das aus. Sieht wunderschöne Controller, Alter. Wunderschöner Controller. Also wirklich, äh, an die Person, die mir das geschickt hat, nochmal ein ganz herzliches Danke. Das ist wirklich ein fantastischer Controller. Und, ähm, ja. Äh, allerdings weiß ich nicht, ob ich das Game zu Release habe, weil ich mir das nicht kaufen kann. Und, äh, mal gucken, ob ich bis dahin vielleicht noch ein bisschen Geld zusammensparen kann. Ansonsten, äh, muss ich warten, bis das denn im Sale ist. Weil ihr wisst, bei mir ist die Kasse ultra knapp. Deswegen, äh, ne. So, und hinten auch. Sieht auch sehr stylisch aus. Da sieht man, jetzt sieht man auch besser noch die, äh, Gummierung hier von dem Controller. Ja, wirklich Bomben schafft. Die Gummierung ist der Hammer. Wirklich ein sehr, sehr, sehr geiler Controller. Also ich bin echt begeistert, ey. Vor allen Dingen diese, äh, diese bunten Farben sind auch sehr, sehr stylisch bei Starfield. Also, sehr geil, Alter. Sehr, sehr geil. Wer nicht weiß übrigens, wie das Akkupaket aussieht, da kann ich das vielleicht, äh, gerade mal, äh, kurz zeigen. Und zwar diese Akkupakete hier bei Microsoft, die halten viele, viele, viele Jahre. Und, äh, das sind Original-Akku ist das, wie man sehen kann. Ja. Die kann man dementsprechend auch immer wieder aufladen. Den muss man höchstens einmal, um, um, einmal im Monat aufladen, den Akku. Und weil ich jetzt erstmal den Halo-Controller denn in die Rente schicke, obwohl der sieht auch wunderschön aus, muss man ganz klar sagen, der sieht eigentlich schön aus, aber die Rillen halt, naja, da sammelt sich denn dementsprechend Schmutz. Ah, der da nen, den Dings, äh, da. Ein ganz kleines, kein Riss, das ist so ein, naja, ist halt hochpoliert und so. Das fand ich auch schön, immer diese speziellen, immer diese speziellen Controller. Den, das ist einfach, einfach, einfach stylisch, Alter, was, was besonderes zu haben und so. Aber ich werde versprechen, äh, sollte ich das Game, äh, besitzen, äh, dann werde ich selbstverständlich auf jeden Fall, äh, den Controller benutzen. Ich zocke ja auch ab und zu noch, ähm, dazwischen halt, ähm, ähm, andere Games und so. Und das ist auf jeden Fall, äh, eine richtig geile Sache und ein paar großes Danke. So, ähm, damit, äh, ist diese kleine Einleitung jetzt erstmal, äh, hier beendet. Ich werde jetzt erstmal, äh, rüberswitchen auf Diablo, Digga. Und, äh, dann geht's wieder ab. Wir schlachten wieder ab in Diablo 4. Magic, Mystery Awesomeness, MacClanium7 ist wieder zurück. Ich bedanke mich, dass ihr die Aufzeichnung anschaut in YouTube, beziehungsweise in, ähm, in, ähm, Twitch, weil, äh, das zeigt mir, dass ich wenigstens die Live-Sendung, beziehungsweise die Aufzeichnung, die ich denn immer hier mache, dass sich das denn tatsächlich auch lohnt. Und dass es Leute da draußen gibt, die auf jeden Fall auch Spaß haben mit dem makrolandischen Content hier. Danke, Brüder und Schwestern. Und, ähm, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Alter. Macht euch bereit, meine strammen Freunde. Macht euch bereit. Moment. Und, jetzt geht's los. Da haben wir die Experience, Digga. Geht los. Ja, das mit dem Controller ist wirklich eine unglaubliche Überraschung gewesen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Fühlt sich wirklich unglaublich hochwertig an. Ein wirklich sehr, sehr schöner Controller. Wahnsinn. So. Ah. Jetzt wollen wir noch schnell eine Twitch-Eintrag machen. Bin wieder, wieder live in Twitch. Danke für das Geschenk. Das habe ich am Anfang des Streams gerade rausgehend gemacht. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Ist ja der Wahnsinn, Alter. Eieieieiei. Eieieiei. Wirklich absolut geil, Alter. Dankbarkeit gibt's da auf höchster Ebene. Auf höchster Ebene. Ohne Scheiß. Liebe geht raus, Alter. Ich sag's wirklich. Liebe geht raus. So. Ich sag's wirklich. Ich sag's. Mal ganz kurz Einträge schauen. Mal schauen, ob wir wieder ein paar lustige Kollegen haben, die am Stizzle sind. Ich guck mal ganz kurz meine E-Mails an, eine Sekunde. Ach, das war diese Pfeife da, alter. Das war ja auch so ein Griff ins Klo, ne. Sehr, sehr, die tropfende Pfeife, ne. Neun Steelhunters. Schon wieder, ging es. Wichtig. Was ist das, alter? Was ist das, alter? Fack ist Pompom, alter. Ach, Star Rail, lol. Pompom, diga. Ganz vergessen ist dieses Zugding da, halt. Cyberpunk 2077 und 16 weitere Artikel auf der Steam Wunschliste sind jetzt zum Angebot. Bruder, sehe ich aus, ob ich Geld habe? Ich glaube nicht. Ei, 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 ei. Miete bezahlt sich nicht von alleine und die Nebenkosten. War sowieso nichts Interessantes. Wohl Cyberpunk, aber das besitze ich schon. Neun Bunny Crew TV. Drame Häschen kommen in den Chat, was für eine seltene Ehre. Drame Häschen. Stimmt, ich muss meine Mütze aufsetzen, sonst geht die Coolness verloren, alter. Wir stiegen da. So, nehmen wir die Schwarze. So. Jetzt, jetzt gleich wieder Plus 75 auf Coolness. Dank der Kappe, alter. Es ist so. Es ist so. So. Huh. Ja. Glaub mir. So. Was muss ich machen? Wo sind meine Kollegen? Er hat sich neun Charge stellt. Ist das sein Ernst, alter? Anstatt sein Ding zu leveln, hat er jetzt wieder neun Charme. Jetzt muss gehen wir mal gucken, alter. Was hat er da am Start? Was ich jetzt sehe, der geht immer an Vicky, alter. Und die Matrosen. Das waren doch, glaube ich, Wikinger auf dem Wikingerboot. Und Vicky war die einzige Frau, wenn ich mir nicht irre. Haben wir noch Metzler. Was macht Metzler? Ja, wo bekommt man bitte dieses Teil, ey? Das ist sogar die Originalrüstung. Tatsächle. Tatsächle. Tatsächle? Was denn, alter? Das Runenkettenhemd des Ungehorsams. Das soll ein Runenkettenhemd sein? Really? Also, wenn so ein Kettenhemd aussieht, dann möchte ich das nicht haben. Hammerhardt. Leben hat er drauf geballert. Sind immerhin 8% mehr Leben. Der geht ja nur auf Leben. Was macht der denn Totenbeschwörer, der auf Leben geht? Ist das richtig so? Also, Leben und Rüstung hat er überall reingeballert. Hammerhardt. Ah, hört sich aber sexy an. Ach, du meinst das Runenkettenhemd. Des Ungehorsams. Ja, stimmt. Könnte aus so einer SM-Halle aus Berlin kommen. Psch. It's time. Nicht, dass ich sowas kennen würde. So. Erstmal Kollegen begrüßen. Pff. Sind alle einzeln. Das muss ich sowieso alle einzeln anschreiben. Oh, das kostet mich so. Armboy erstmal. Moin. Stream. So. Faintastic. Muss ich nicht begrüßen. Der ist inaktiver als inaktiv. Wo ist... So. Das sind alles inaktive. Ja. Also, man kann sich das ja nicht aussuchen, mit wem man hier am Start ist. Null Plan. Ruf den an. Und nicht irgendwelche wildfremden Leute aus dem Internet an, nur weil ich mit denen mal gezockt habe. Wie sieht denn das aus, Alter? Na sag mal. Junge. Bodenlos. So. Was muss ich jetzt machen? Ich denke mal, man kann auch irgendwie rausscrollen, aber es geht gar nicht. Hm. Ich glaube, questtechnisch war ich hier komplett fertig. Vielleicht sollte ich mal ins T4 reingehen und gucken, ob das funktioniert. Ich bin mir aber nicht zu 100. Ach nee, geht nicht. Ich wollte zuerst gucken, ob ich hier alles fertig habe. Okay, das heißt, ich bleibe im Gebiet Kejistan und muss da noch irgendwie Zeug machen, Alter. Gejistan. Wo ist das? Ich sehe hier, das heißt, verbrochen dicke Instanzen, dann nehme ich gleich die hier, die hier vorne ist. und dann gehe ich mal schauen. Oh, ich gehe aufs Teamspeak. Da sind die bestimmt. Die benutzen keinen Discord. Nur sekundär. Ich sehe schon, ist alles voll, Alter. Moin, ihr Schwachstellen. Was geht ab? Moin, ihr Schwachstellen. Was geht ab? Was geht da ab, ey? Ihr wisst, makrolanische Elite ist immer am Stizzle-Diggy. Jetzt wieder sieben Stunden pure Action. Metzler, hast du Bock mal ein bisschen mitzumetzeln irgendwie oder umgekehrt? Leck mich. Also der aktuelle Kurs für T60-Dungeon liegt bei 5 Mille. Woran? Wie viel willst du? Digga. Sag mir Bescheid, wenn du Lust hast, ich komm den. Ich kann ja nachher T4 ausprobieren oder jetzt mal gucken, ob ich standhafter bin. Ja, warte noch mal kurz. Ganz ruhig. Ich krieg schon einen Anruf. Ich freu mich richtig. Weißt du das? Hier hat sich der Ding schon gemeldet bei dir? Der Three Kings? Nein. Haben wir von den gehört? Ja, gestern kam er noch mal rein. Ja. Und war fein. Ja, hat er heute was gesagt, dass er noch mal kommt oder was heute? Keine Ahnung. Ich hab gedacht, das ist dein Freund. Du musst doch wissen, wie der drauf ist. Ja, Freund, das ist Freds Busen, Freund. Erst mal so, ne? Ach du Scheiße. Also, ist das so ein Hochleistungskiffer oder was? Ja, der Fred ist ja Hochleistungskiffer. Aber auf jeden Fall ist er sehr freundlich. Das muss man sagen. Er ist sehr freundlich, ist ein bisschen lustig. Das Einzige, was ein bisschen störend ist, ist seine Frau, die wirklich gefühlte 24-7 am Plaudern ist. 24-7. Sogar gestern noch um 3 Uhr. Blop, 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 blop. Die ganze Zeit nonstop. Ich hab schon gesagt, Alter, genau deswegen hab ich offene Beziehungen und getrennte Wohnungen. Das würde ich nicht überleben. Das kann man noch nicht mal 10 Stunden schaffen. Junge, die hat irgendwann von der Mittagszeit bis tief um 3 Uhr nachts, wo er noch gespielt hat, die ganze Zeit geredet, Alter. Die hat nicht aufgehört. Ging nonstop. Das ist unglaublich, Alter. Crazy, Digi, ja. Aber das hast du ja selber gemerkt, das Mikrofon ist ja immer offen und du hörst immer wirklich im Hintergrund blop, 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 blop. Wie so eine Hühnerfarm. Da ist sogar weniger wird der gegagert, Alter. Ja, weil die FX und zockt nebenbei oder so, ne? Die zockt im Voice oder wie? Ja, ja, die zockt FX und Voice Chat im Voice. Ach, Digga. Oh, du bist ja der legendäre Fretlord, Alter. Wie geht's dir? Lange nicht gehört. Boah, Alter. Wer denn jetzt schon wieder? Boah, da steht die Palme. Ich bin immer noch der Beste, ne? Natürlich, Digi. Du bist die elitärste Elite, die es gibt im Netz, Alter, ne? Ach so, das sieht so aus. Boah, die Abo-Fill, ach, die Abo-Fill, die Abo-Fill, ach, ganz ruhig, ey. Was ist los heute mit dir? Hast du das gerade gehört? so, wie ein paar? Dann kannst du dir die Abo-Fill kaufen. Wirst du gerade klatschen, Fred? Das ist der Fred. Wie? Ja? Ja. Meine Fleischpeitsche, die gerade dein Gesicht getroffen hat. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Ich war voll mutig, du hast einfach 33,5 drum geschafft, ich hab gestern, glaube ich, ein elfer geschafft ich merke schon der spaß ist ihr da war bestimmt totenstille dann komme ich hier rein und deinen party kanone die das ist die skill detection weil du ein kack nur bist echt ach so moment dann mache ich der moment dann geben moment dann muss ich in meine bank rein da ist nämlich moment ich habe so ein elfer am start alles klar du kannst mich mal irgendwann du kriegst schelle des jahrtausends die experience i don't forget it styles wann bist du dabei wann ist der money am stil gaming ist vorbei ist so hast du dich schon beim bei wie heißt das noch mal bei so alten heim angemeldet du zockst die geilsten games nicht mehr was ist denn los mit dir junge games alter das ist ein hack and slay alter das ist das geilste alter hack and win alter oh scheiße da ist ein bär rausgekommen digga der ist bedrohlich diggi naja gut das ist dann er sah bedrohlich aus die sah bedrohlich aus oh das ist die spinne oh oh scheiße man das game gegen das ist cheating digga was machst du denn da hey junge junge nein nein ach kack die waren dann junge du machst die gar nicht richtig tot junge die spinne hat mich gebissen alter was denn da los nein ist ja gut alter aber die hat an mir gelutscht und sachen gemacht alter du warst nicht da ja macht das denn spaß hier so durch zu rennen kein unterschied ob ich das so zock oder die andere stufe oh nein 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 digga ganz ruhig ne wie bitte ne wo sind wir ja wir sind bei albtrop dungeon 11 gerade machen die sich lustig über mein level das ist ja wirklich bodenlos da kommen wir mal zu allem einzelnen töten wir verbrauchen dem shit ja für oder wie lange wärst du jetzt von der zeit im durchschnitt jetzt ohne mich hier drin also gestern habe ich mit farmlord gespielt farm boy lol und da haben wir 30 minuten gebraucht ok und wir sind jetzt hier drin in wie lange eine minute und gleich durch ja das ist ja nicht immer zeit intensiv wieviel ist dir das wert eine million oder wieviel das ist kein scherz denn dass die leute dafür geld nehmen ne ich nehme wirklich dafür geld ja natürlich auch entweder äh echtgeld oder äh gold im game du kannst ja handeln ja aber was haben die denn davon dann stehen die doch schon da ohne content ja 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 aber dann sind die doch schon viel zu schnell fertig dann sind kann ich mal kurz eingreifen ja ja natürlich kannst du zugreifen die in der mitte mein gefühl dafür kriegst micron ich habe gerade mal nachgeschaut und 20 mal best t4 dungeons item drop per 20 mal run gleich 2 bis 5 legendary plus essentials vier bis fünf minuten per run gleich 600.000 xp bist du bei 20 runs verticken die für 35 dollar 64 ja weißt du bescheuert auf ebay wieviel verdienen die denn wieviel verdienen die denn pro stunde geld alter 119 mal verkauft sieben mal noch verfügbar und diggerl es ist es ist es ist mark verfügbar glaub mal nicht dass die leute das nicht nutzen ne 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 meinst du was im discord abgeht ey freischaltung welt stufe 4 qual capstone dungeon qual run welt stufe 3 auf 4 5,45 euro dafür das habe ich auch schon überlegt das ist dann die hauptfest machen um die dungeons freizustalten aber es dauert so 20 minuten 10 minuten ach deswegen hat farmboy mal gesagt man kann geld verdienen ich habe das gar nicht gerafft weil damals gab es ja echt geld auktionshaus aber hier gibt es ja gar nicht aber nicht offiziell sondern auf dem discord channel mit 300.000 leute momentan aktuell mit wieviel höllenflut höllenflut run nehmen sie 39,99 ja boah ist egal hier ist alles voll damit ich weiß was meinst du wieder mark boom was meinst du viele leute das spiel zocken aber das meist verkaufteste ist diese 20 runs best xp run mhm für t4 warum digger kauft das game nicht um zu mit dem gedanken dass das äh weil das ja angeblich nicht so geil und sehr geil ist einfach damit geld zu machen oder so ja 24,65 für 20 runs wie bei count ist doch da ja wie gesagt ich zieh dich in einer stunde bis zu 60 in 66 du kannst mich mal jungen ich spiel deswegen spiel spaß du dreckiger lümmel alter das ist ja bodenlos ja ich habe auch alle diablo teile gezockt ich habe eins und zwei im nachhinein gekauft nach dem dreier alter weil ich gemerkt habe wie geil das ist was ich habe jetzt so viel gequatscht wo war das event was ich habe das abgeschlossen wo war die frau die am quatschen war hier oben oder was ich wusste überhaupt nicht das ja wahrscheinlich ich bin über 100 easy da müsste doch schon längst 100 sein ja aber ich habe die ganzen quests gemacht ich habe spaß gehabt geile storyline erlebt und so weiter alles ich habe sogar glaube ich alle quests durch die es gibt im game lol mitten in der chemnitzer city mehrere menschen bei kettensägen angriff verletzt du meinst chemnitz war äh chemnitz zwei tschetschenische männer 30 und 40 wollten eine frau einführen tschetschen was wollten die machen zwei tschetschenische männer 30 und 40 jahre alt haben am donnerstag gegen 12 wurden chemnitz oder wie die heißt mehrere menschen verletzt einer der täter ging auf passanten die eine frau 31 zur hilfe eilten sogar mit einer kettensäge los ja ist ja wie ein horrorfilm alter ich habe das auch bei mir erlebt ich wollte gerade äh äh weiter tiefer nach berlin rein fahren bei berlin ersten winkel muss ich an erkener mal einsteigen und deswegen äh und dann war auf einmal bei uns in der s3 ein typ alter äh der hat ein hackebeil am start gehabt und hat äh leute äh bedroht beziehungsweise fing an zu schlitzen alter hammerhart und äh bei und davor war waren auch wieder leute äh und so die die hatten waffen am start und haben denn da fröhlich mit in die luft geschossen man aber als die polizei gekommen ist ähm waren die denn schon verschwunden ja das wird immer ko du traust dich welt gar nicht mehr raus alter also ohne waffenschein sollte man geht gar nicht mehr ey das ist wirklich krass übrigens ab 1 ähm juli ab 1. juli sind solche themen äh verboten nach den neuen twitch richtlinien keine politischen themen äh keine gar nichts ist alles verboten ja da wird der job chatting bereich für viele leute sehr äh uninteressant werden dann alter wenn du über nichts mehr reden darf ne das hat damit nichts zu tun weil die haben ja ihr hausrecht und wenn die sagen keine politischen themen dann können die das machen ich hab heute gelesen ich hab heute gelesen den dog können sie 50 Millionen nach dick wechseln ne der hat auch irgendeinen riesen shit dann wieder mit dem only up game vom dog hab ich gelesen bitte oh diga das möchte ich auch mal was only up diga also warum streamst du das nicht dieses game wo man nur nach oben klettern muss weil ich die nerven dafür nicht habe das würde ich höchstens machen wenn ich subs bekomme ohne ende in twitch ja aber das wollen die leute doch sehen hey diga dafür müssen sie mich bezahlen ich mach das nicht einfach zum spaß so ne scheiße an weil das sind meine nerven alter und wenn das noch nicht mal entlohnt wird dann vergiss das ich werd meine nerven nicht ruinieren und dafür nix bekommen ey ne außer kreislauf nein warte mal kurz 1,2,3 oh das ist auch so dumm blizzard alter jetzt hock mal bitte ihre eigenen games 1,2,3 4 so jetzt hab ich alles am start jetzt gehen wir in den boss ne hab ich gelesen klatschen haben wir das nicht von Anfang mal gesagt dass ich mal gesagt habe übersetzung wie ist das falsch genannt und so lol ich hab hier gerade die seite wo sie alles mögliche verkaufen von diablo boosting äh power level level 1 bis 60 plus t3 und t4 äh 67,95 oh baby alter diga drei stunden drei stunden und das krasse ist ja du willst immer einen markt haben weil so viele leute immer andere charaktere haben wollen das hört nie auf ja verstehe sowieso nicht warum man äh das nicht offiziell alles zulässt warum denn nicht ich meine das das game wird doch dadurch nicht schlechter oder so ich verstehe das nicht du hast doch nach wie vor deinen eigenen separaten spiel spaß mit allem drum und dran du musst ja auch das gar nicht benutzen ich verstehe nicht warum blizzard den leuten steine in den weg legt und das nicht alles warum nicht alle games das offiziell einfach zulassen was ist das alter ich habe sogar glaube ich noch was höheres stufe 14 oder so habe ich glaube ich habe noch nicht so viele siegel die höchste prülle rein die du in deiner tasche hast ja nicht auch so eine siegel du musst ja riesen dinge haben ne alles ich könnte bauen ich habe alles verschrottet ne riesen dinge hat er unten rum oh ja das stimmt also bist du eine sau alter das ist nicht normal alter das ist echt nicht mehr normal das ist jungen mclenium seriöses content alter und du versaufst mir hier alles alter mclenium alter einmal im jahr kommt der test das ist ja so bodenlose unterstellung alter das ist ja wirklich jenseits von gut und böse alter ich habe jetzt übrigens auch so eine dicke fahne am start passen zu meinen äh 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 freddy ach freddy alter hol dir das game generier mal ein bisschen geld dann guck mal wenigstens noch bei rum ne sehs so kannst du dir noch mehr weed gönnen ja genau soll ich erst mal items ziehen im diablo oder was egal raffst du hast immer noch nicht alter wie ich zieh dich in einer stunde auf stufe 60 dann ballern wir die ganzen kackloops durch die innis alter mhm der skiles hat die paypal daten ach die äh also ich soll boostmans verkaufen oder was ja klar alles ach du scheiße ja mit mir zusammen ist ja logisch ne wir machen das zu zweit auf gemütlich und laden abhoh ja bis du auch level 90 oder so bist damit du das allein erkannst dick und dann machen wir gefühlt du drei leute ich drei leute dann geht's ab dann klingelt die kassa weil was da los ist ja Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wer hätte mal ne Tour nach Holland mal nen ganzen Wagen vollgemacht mit Wien. Ja eben. Geh rein. All in. So, Papi hat gestern für nen Wii, damit du nur mal nen Gedanken hast, in welchen Dimensionen wir uns bewegen, äh, bewegen bei Kurländer, ne? Ich habe für einen Wii-Wall 22 Millionen gelegt, ja? Du verlassen wahrscheinlich nicht mal auf der Tasche, wa? Ich hab 16 Millionen, wie meinst du denn das? Was? Ja, Digga, wie, wie mein ich das? Du kannst Items, den Stat, der dir nicht gefällt, oder? Ja, das weiß ich doch, bei mir kostet das 177.000 oder so und das ist schon scheiße. Ja, das war ein paar Mal. Wieso ist denn das so teuer bei dir? Hä, weil sich das steigert? Hä? Noch höher? Ja klar, das steigert sich ins Unendliche. Hä? Digga, wie viel musst du denn bezahlen, wenn du Stufe 100 bist, Alter? Da ist ja denn alles im Arsch. Du bezahlt hast ja, um das Beste hier zu bekommen. Ja. Das wirst du doch machen, kurz reden, alle töten. Na, die packen, das hasse ich ja. Das Riese. Die sind da am Behinderten, ey. Geht sogar leicht hin mit nahen Faisen. Ja, mit nah rein, Digga, ich fühl diese Spinnentudel am liebsten, weil die schnell gehen. Und da kann wenigstens die Spinnentruppen am meisten schwer da, Digga, du weißt Bescheid, ey. Ja. Ja, es kommt drauf an, Digga, ne, in diesen, äh, es kommt auf die Map an, so, weißt was ich meine? Ja. Wir sind jetzt gerade in diesem Knast unterwegs, das ist ein bisschen doof, ja. Wo ist eigentlich der Butscher, ich habe den Ebi nicht gesehen, haben die den rausgepatcht? Ich freue mich schon auf den nächsten Patch, vor allem wenn ein RTX raus reinkommt, da mit einem Fun Raytracing. Oh Baby, Alter, ne? Kann nur sch... Klingt uns zwar nix game-technisch, aber sieht hübscher aus. Naja, das wird glaube ich noch mal was zur Atmosphäre beitragen. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn Echtzeitbeleuchtung am Start ist, mit allem so dran. Das Eis spiegelt denn wirklich, wie poliert und so. Hab ich auch schon Rue Life gesehen, also sowas gibt es wirklich, dass das aussieht wie ein Spiegel und so, das ist schon sehr geil. Was ist das, der Butscher? Die Scheiße habe ich schon dreimal besiegt und hab mir so einen abgerissen, aber diese Drecksau hat mich kein einziges Mal kalt machen können. Aber ich habe es immer dreimal mit Glück, habe ich das hinbekommen. Ist das das gewesen? Ne, das war irgendwie so ein anderes Vieh, ne? Bei dir sieht man das ja nicht, weil der zu schnell ist. Ah, da ist wieder die Magic Bong, ist wieder am Stittel, Diggi. Nein, I hate it. Jetzt hat sich kurz angehört wie ein Goblin, ey. Seit dem Patch habe ich keinen Butcher mehr getroffen und keinen Goblin mehr. Oh doch, den treffe ich jedes Mal bei mir, muss ich sagen, eigentlich. Habe ich ein Level Up gehabt? Ich meine ja. Oder war das mal eine Explosion? Ich habe nichts mitbekommen, ich glaube das hat geknallt. Das ist immer geil, ne? Du hast denn so ein Skill am Start, das ist kein Gegner in der Nähe und dann hört das genau auf, wenn du mitten in der Seuche stehst. Ja, die Schrein-Positionierungen sind glaube ich manchmal suboptimal, ne? Richtig scheiße, Alter, ich habe schon so oft so einen Kacker erlebt hier. Ja. Also ich weiß, ich habe ein helles Level Up bekommen, ich sehe gerade, ich kann einen neuen Point setzen irgendwann. 66, von 65 bin ich reingestiegen. Wo ist denn der Gegner? Ja, alle tot, ne? Ich habe gedacht, der spawnt, der leckt mich doch am Arsch, Alter. Ja, da sind es aber schon, ich habe in der Animation verreckt, unser Klassiker PUBG, in der Animation verreckt, ey. Ich warte, dass hier der, der gerade irgendwie sich materialisiert, aber hat er den schon längst gekillt, ey. Ja, aber da fehlt noch ein richtiger Gamer, ey. Ja, ach komm, ach komm. Hör auf, Digga, jeden Tag. Inhand ist immer noch ein richtiger Gamer. Wo bist du, Digga, wir müssen die Leute in den Lobby schicken und seitdem, Alter, wir müssen die Leute in den Veröffentlichen. Das war auch lustig damals, oder? Ja, da war ein Legendär, das Game, muss man sagen. Die ganzen Streams mit dem Doc damals, die Shroud-Zeit, also PUBG, das war schon eine einmalige Sache, ja. Das stimmt. Ja, die Anfangszeit war das. Na gut, die Anfangszeit von Fortnite war auch geil, oder World of Warcraft damals, ne? Ja, aber da war das ja mit Dinger World of Warcraft, da war das ja mit dem Stream noch gar nicht so gestart, ne? Wenn ihr es die Anfangszeit von COW meint, ne? Wovon reden wir jetzt? Ja, 2004, ne? Ja, Digga, ey. 2004, Alter. War ich ein Kind, ne? War lustig, aber ich war ein Kind, da haben wir nicht so viel verstanden. Ich hab immer Schule geschwänzt. Ja, das war bei mir ein Burning Crusade. Ja, und dann, weil ich König, dann waren wir im Ende. Da hab ich schon gemerkt, no way, Alter, ey. Aber ich war trotzdem noch in Patakism und in der was danach kam, hab ich auch noch reingeschaut. Aber weil meine Kollegen das halt gesagt haben, hab ich nur hochgelevelt, dann hab ich Raids nicht gemacht. Oh mein Gott, ey, wieso? Und Leaden hab ich auch gespielt, tatsächlich. Die Haken? Hat es hart? Petzlar, noch da? Ja. Ich hab irgendwie verstanden, die harten und dann war der Ton weg, keine Ahnung. Ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Der Ton war weg. Ja, du hast nur gesagt, die harten und das war's. Stehen bei dir auch die Schwabbel? In, in, hier? Ja, ja. Manche die Mobs oder was? Ja. Die kommen nur hier raus, wenn wir kämpfen. Ich glaub, die kommen gleich oder so, oder? Ich weiß nicht. Ich verwandle mich in Stein und warte auf bessere Zeiten. Ich bin so los in diesem Trainingsmodus. Ist der ein neuer oder was? Ne, das ist ein neuer Trainingsmodus. So, attraffend. Besser als auf Zombies zu überlanden. Ich muss mich nicht bewegen. Ach süchtig. Aber ich sollte gleich auf jeden Fall immer ne Runde richtig Runde spielen und den Teamspeak hier mal lieben. Bin da sonst nie hier, deswegen bleib ich mir ein bisschen hier. Oh, ja. Das habt ihr euch verdient. Ich habe noch nie jemanden so vergeben. Das ist jetzt hier auch immer aufgefallen, ne? Das ist jetzt hier auch immer aufgefallen, ne? Das ist jetzt so aufgefallen, nach drei Monaten oder so. Ja, wenn ich sogar noch länger, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht länger, das ist echt lange. Hm. Ist der King online gekommen oder wer ist der? Ne, K. K. Hallo? Bei mir gehört doch die ganze, ganze, ganze Battlenet Anzeige an, aus, online, offline, rein, raus, Einladung. Ich kenne auch jemanden, der K heißt. Mir geht es richtig ab. Ich habe sogar einen in der Liste, der heißt... Fre. Ja. Fre ist krass, wa? Der originale. Geil. Ja. Der beste Game an der ganzen Liste. Nein, das will er nicht. Ja, ja, ja. Greatest Game an der WORLD, bro! Du bist doch auch derjenige, der einen Weg-Bun hat, wa, Steve? Ich? Ne. Hä? Ich habe keinen Bun mehr. Ja, ich wurde vom Blizzard durch gebunnt. Ihr mir einen Perma gegeben, die Schweine. Mhm. Mhm. Aber, da haben sie ja noch sechs Monate reduziert. Der war trotzdem immer noch. Mhm. Mhm. Oh Baby, Alter. Weil der Skill zu hoch war, oder was? Das Einzige, was ich mir denken kann, ich habe da halt ein Auto-Spunnyhop-Skript an, von Call of Duty 4. Und es spammt die LED-Taste, wenn du LED-Taste hältst. Und die haben das wahrscheinlich gedacht, dass ich das nutze, um, was weiß ich, was zu machen, um nicht AFK gekickt zu werden, vielleicht, oder so, zum Beispiel. Wenn ich dann die LED-Taste irgendwas verschwere, oder so, dann würde ich immer springen, dann hab ich nicht, dann nie AFK. Vielleicht haben sie das gedacht, dass das, ja, die tolerieren halt keine, so eine Programme nicht. Wieso bist du aus den Stunts raus, haben wir die fertig gemacht? Ich hab's nicht gemerkt. Ja klar, ist dein Stein nicht upgrade, dann gehen wir nach hinten links, ey. Ne, muss ich den denn upgraden? Ja klar, das ist doch der einzige Grund, warum wir das machen. Ja, aber warum, ich weiß gar nicht, auf was ich upgraden soll, da. Ja, es kommt auf dein Bild an, was du zockst und so, ne? Ich skill einfach wild drauf los, Alter, was ist das für ein Scheiß? Ja klar, das merkt man, ne? Ja, warte mal, ich komm nochmal rein, weiß nicht mehr, wo es war, hier hinten, ne, warte mal. Ich skill einfach drauf los. Ja, da steht halt Intelligenz da, ich hab mir gedacht, gehst du mal drauf und guckst, Digi. Ja, vielleicht solltest du immer das ganze überdenken und dann mal gucken, ne? Was du nimmst oder was, was du zockst, doch hier ist das, ey. Ja, und jetzt? Also eins hab ich auf vier, eins hab ich auf zwei, keine Ahnung, ne, andere dauert zwei. Digga, wo, und jetzt? Ich zocke, erstens zocke ich momentan keinen Mage, da kann ich das nicht sagen. Und zweitens weiß ich gar nicht, was du für ein Bild zockst, ja? Ich weiß auch nicht, was ich zocke, Alter. Oha! Ich zocke halt, das, was ich zocke, Digi. Warte mal, ich geh mal gucken, Fertigkeiten. Ja, du hast ziemlich viel Eis drin oder so, ne? Das würd ich meinen, Digi. Auf jeden Fall. Ja, aber was haben die Glyphen damit zu tun? Ich begreif das nicht. Ich hab mal versucht, die Glyphen irgendwie auf so'n Slot zu ziehen, aber das geht gar nicht, Digga. Das sind irgendwie nur besondere Slots irgendwie. Bis jetzt war das nur einmal unten im Baum, wo ich in die Mitte mal einen Schaden gegen Elite-Gegner reinmachen könnte, irgendwie. Ja, du kannst die Glyphen auch nur sockeln, wenn du mit deinen Punkten dahin gewandert bist, ne? Ja, eben. Da geht ja nur eins bis jetzt gerade, Alter. Ja, du hast immer nur Pro-Brett eins, ne? Ich bin ja absolut überpowered, ey. Ne, ich bin bei Brett zwei am Start. Ja, und? Du musst den Punkt dann freischalten. Ja, ich weiß, aber da ist ja gar nix, Alter. Der ist ja ganz weit oben in der Mitte. Ja, dann hast du das Brett falsch gedreht. Ne, ich musste das so drehen, damit ich am effektivsten killen kann. Und ich hab das so gedreht, dass ich Intelligenz und Max-Damage mache mit allem drum und dran. Deswegen musste ich den so drehen. Ja, wie gesagt, I don't know, was bei dir da genau abgeht, ne? Ist schwer aus der Ferne zu sagen, ne? Das Talentbaum und sowas ist immer eine ganz schwierige Sache. Ja, ich kann dir alles über den Totenbeschwörer sagen, aber Mage, Digga? Na. Ja, ich sag jetzt, äh, komplett, ne? Glyphensystem, Paragundpunkte, dies, das, Skills, ist zu schwer, Digga, ja? Ich hab einfach den Schlechter jetzt nochmal hochgemacht, weil, ähm, weil da macht man mehr Gegner gegen Elite. Also macht man mehr Damage gegen Elite-Gegner und das kann sowieso nicht schaden. Ja, bin er doch nicht. Ja, so ist das halt. Das mach ich so auch. Von daher. So. Boah. Ja, keine Ahnung. Ich glaub, Dings kommt nicht mehr. Noch wieder. Dings, ey. Ich hab keine Ahnung, ey. Und Stufe 15 Albtraum-Siegel hab ich. Ja. Oh, Digga. Mal an die Brille, einen mach ich noch. Da muss ich zusehen, dass ich mal wieder ein bisschen vorankomme. Ja, Gott sei Dank. Kommt durch dieser, wie heißt der, alter? Farmboy? Fanboy? Farmboy. Farmboy. Ja, was ist mit dem? Wo ist der? Der ist, äh, chillen, glaub ich. Mein Geschick ist unübertroffen. Seht nur. Oh, der Ödi. Uh, schlechter PC oder was? Der Klassiker. Robbt in den Instanzen eigentlich immer, äh, höhere Siegel, damit man noch einen höheren Chaos-Dungeon bekommt? Oder wie läuft der da? Ja. Deswegen hatte ich grad den 15 Albtraum. Äh? Ja, du weißt, das ist wahr. Oh, 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 oh. Es ist crazy. Ja, ja. Ich liebe dich. Ding, 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 ding. All day? All night? Oh, baby. Es ist Zeit. Was? Es ist los, Digga, es ist los, eh? Du hast mich aufgelöst. Du hast mich aufgelöst. Oh, ja. Oh, das ist es, Digga. Das ist es. Das ist es, Digga. Ja, Alter. Es ist ein Struggle-Wheel. Das ist schon ein bisschen interessanter, sag ich mal. Das Schwein ist hart drauf, Digga. All day? Oh, nein. Esst, Alter. Oh, das will ich mit, Alter, die Kristoffel. Die brauch auch ich, ey. The Menzler am Start wird die Party hart. Und die Punisher die knallen ordentlich rein, ding, ding, Ding. fast drauf gegangen aber nur fast ist das so ein maus pad mit zwei seiten war einfach nur die gleiche seite aber von oben nach unten einfach weil meine maus die ist hauptsächlich unten rechts auf dem maus pad das ist so abgenutzt schon obwohl das maus pad eigentlich weiß nicht das habe ich seit einem halben jahr aber meine maus einfach diese rutschbleche unten ist so komplett weg und deswegen nutzt das auch das maus pad so heftig ab ach du diese diese weinchen unten diese jaja das ist der hat unten diese pets nicht drauf auf seiner maus die sind weg und dann hat die wahrscheinlich hat seine maus nach haustelle und dann schubbern die die pets kaputt und so nein aber ich kenne das alles aus dem internet ich lese alles nonstop deswegen kenne ich die ganzen fehler leckt mich doch am arsch mit bildi weil ich die eigentlich so zocke wie ich zocke alter ich mache das nur im notfall wenn ich mal nicht weiterkomme aber es läuft ja alles kollege von mir der hat ich habe noch nicht mal auf glaskanone geskillt noch nicht mal einen einzigen punkt weil sonst würde der damage herausflutschen oder böse aber die ohren schlackern aber dann guckt man mich leider als gegner aber auch an und ich schlieg ins dennoch boden also die macht das wenn du wenn du alleine oder wie kannst du mich ja klar was ist mit fred naja alles fällt instant um abgesehen von boss gegner unter umständen aber die gehen schnell da und ich habe nur einmal ein einziges mal im ganzen game die probleme gehabt das war der der sich halt so unglaublich krass hoch gehielt hat dass er mit einem einzigen mal meine richtung gucken auf einmal wieder 100 prozent hp hatte und das natürlich das habe ich nicht begriffen wusste was soll also das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt in so einer krassen form muss ich ganz ehrlich sagen es war das allererste mal der einzige gegner der für mich hier nicht besiegbar war tatsächlich der einzige gegner muss man wirklich geben ich habe genug um einige anzulocken drei schluss der jagt an was ist einer wer ist da weiß ich nicht man saugt den aus ich mach schon überall meine kleinen bindchen rein ey mein wölkchen die ja das ist so komme nicht raus da habe ich glaube ich mal leute so genervt hat nicht viel gesammelt das macht mich nicht reich aber es hilft hier das ist für euch ups mein ding ist voll ich mache ein port ich mache ein port jetzt geht was alle geilen games verpasst die letzten betas und so alter das ist das von den expert gefühlmachern alter so feine ich glaube das sind aber du hast ja wohl echt die birne zerschossen ich bin wieder in instanz mit dem gameplay ich glaube skyrim habe ich schon von gehört aber vor laute ich bin ich nicht sicher ob das funktioniert als fallout 4 ja ich glaube fallout 4 war noch gut oder das ist ja ja mal gucken wie das aussieht also wenn das ist das muss man sich kaufen wahrscheinlich kostet geld oder ja jetzt wo es die ich muss mir mal angucken was zuvor ergeben es gibt das eigentlich zu einem guten zeitpunkt weil ich mir auch andere vr games noch mal reinziehen wollte du eigentlich so hentai zeug und so weiter oder gibst du da nur wo was machst du da architektur oder keine ahnung erzockst du hentai zeug oder so oder ist das seriöses quasi also quasi hentai ist ja klar ich kann mich noch erinnern als ich da drin war sofort kam minderjährige zeichentrick mädels die die unten in meiner hose gezuppelt haben ja auf digga ja auf da war ich aber ganz schnell draußen und habe denselder gedrückt er sich stand makulane über meinem kopf alter wenn ich gut gekommen ja bloß auf weiter also dann hat mich noch an die second life zeit die war aus digga das ganz krank was machst du denn schon wieder ein schall einschlackern gilt nicht ja klar nein das wollte ich ja auch testen ich gehe mal hin zu dem magischen hochstelle nein ich meine für mich selber testet das jetzt gelostig gelost spiel verlassen da oben stellen ein sehr produktiver tag nicht so oh gott er dann hat mich an so komisches sektenlied ähm ging denn das nochmal jede zelle meines körpers ist glücklich jede zelle meines körpers fühlt sich wohl jede zelle an jeder stelle jede zelle fühlt sich wirklich wohl ja alter was auf jeden fall gute laune heute mitgebracht diggi oder bist du in saarland raus hast du die 120 millionen gewonnen oder wer war da hat oh baby ey saarland oder wo ging die kurde nochmal hin verwechselst du jetzt saarland ist doch da äh wo äh ne ja du bist ja in berlin korrekt diggi da gab es doch mal diesen türken der 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 da glaube ich ein zwei millionen gewonnen hat oder so und dann hat er sich immobilien sofort gekauft und hat ordentlich vermietet und auto und kollege immer so 100.000 drüber digga wir kennen uns schon lange da genau gedacht oh mein gott nimmst du mich äh das ist doch das game was so ein altmodisches setting hat wo der charakter endgültig sterben kann war ja das habe ich das haben wir doch mal gemeinsam gezockt oder nicht ja der fred der wird sich unglaublich freuen alter nein 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 ich kann nicht wie ein 30 sterne spieler spielen ja auch ich bin doch mit dabei ich bin die alle in den lobby ich bin der beste wenn die kreuz kommt wenn ich der beste bin ja das ist erst ab stufe 70 ob ich das schon kann alter mit stufe 66 gab es da nicht mal so ein lied in 66 jahren da fängt das leben an also wenn das leben mit 66 anfängt digga dann kommt die prime ja noch für uns alle alter 66 weißt du in den singlebörsen wie viele leute über 60 75 sind die da rumschlackern du dass da mehr molke abgegeben wird wie eine hochleistungskuhn stall digga also von dem her die prime is real digga die is real sind keine gerüchte alter ja irgendwann kriegst du die peitsche ins gesicht ja ich weiß dass du das lieber aus minderjährigen guckst ja klar auf dem gebiet hat nur einer frauen das mögen ey das wird dann nicht sein darauf ihr seid beide im dreamteam alter zusammen auf kick alter ha 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 ihr seid solche säuer alter geiler content ja würde ich fühlen würde ich sogar gucken das wären gegensätze des todes ja das wäre richtig gegensätze digga ja den content würdest du da reinziehen ja ich kann natürlich echt sehen woran das muss das geht mein damage ja die hat mehr zuschauer als ich in den ganzen zehn jahren er hat es wirklich bodenloser schritt ich weiß gar nicht wie ich den trash kopieren soll die alten pottschnitte hier in deutschland gibt so einiges viral was dann was nicht gut ist ja guck dir montana black an und so was der größte streamer das ist aber absolut herrlich also der damage ist zu hoch da rein kommt also ich kann damage austeilen das funktioniert super aber ich kann als magier nichts einstecken ok und ich hab noch nicht mal glaskanone an aber die gehen quasi so eigentlich gehen die so schnell runter wie im t3 die gegner das ist kein problem aber ich sterbe ich brauche das lange nicht hier volle doses brauche ich heute ja du bist jeden tag im feuer oder ja klar ne ich bin fast jeden tag drin ja und wenn nicht wenn nicht dann ich glaube ich habe league of legends manchmal du guckst ich bin noch nicht allein oder was ja ja keiner keiner so richtig online ich will auch keiner zocken glaube ich ja ich fühl das nicht mehr diese ganzen änderungen ne ich verstehe gar nicht wie da überhaupt noch spieler sind in dem spiel weil jedes match wird einer gebannt ne hehehe ungelogen jedes match wirklich jedes match jeder ist immer schuld der trashstock ist in dem spiel noch anders real ne das ist ja jetzt immer eine benachrichtung wenn am ende einer gebannt wird und das ist ja völlig wahnsinnig echt tot ja die leute sagen ja ich dachte jetzt nicht so ich dachte jetzt nicht so obwohl jetzt sowieso keiner reporten würde aber ich dachte jetzt nicht so ich muss die sagen alles was zu fort sein ich hätte nicht gedacht dass man so leicht die ganzen gruppen zerficken kann hier im t4 alter geht ja easy krass ja ich haue die ganze zeit die gruppen fest weil ich habe ja auf auf ähm also ich mache die fest halt also ich vereise die und dann werden die weggesprengt im team halt ne das ist krass also ich mache auch knappe 3000 schaden äh wenn ich wenn ich so geht ich bin selber erstaunt also das war letztes mal nicht so noch vor fünf sechs leveln war es ganz anders aber wenn das jetzt schon so krass abgeht dann bin ich mit 70 was empfohlen ist definitiv fast schon zu stark also wenn das auf dem weiten niveau wenn sich das so weiter entwickelt wobei ich jetzt nur von normalen massengegnern hier rede und und so ne von etwas besseren aber nicht äh boss habe ich jetzt keinen gerade am start jetzt bin ich tot weil er jemand durch die mich durch geworbt ist quasi also wie gesagt ich würde mir echt empfehlen irgendwie was nach zu gucken was man da verbessern kann bei dir und was nicht ne weil gibt es keinen zustand weil man zockt ja um sich zu verbessern war doch klar das ist der einzige grund wenn du gar nicht weißt was du brauchst dann kannst du ja gar nicht ja aber bis ich glaube meine ich glaube meine skillung ist absolut optimal weil genau so ich habe ja meine skillung im nachhinein geschaut im internet und äh da wurde meine skillung als pro skillung empfohlen und das war die die ich mir selber schon zusammen gebastelt habe weil man hat gar nicht so viele möglichkeiten ja das stand tatsächlich auf jeder newsseite muss man auch sagen ich habe den allerdings nicht gezockt nur bis level 10 also eigentlich gar nicht halt ne und das gilt ja nicht ja vor allen dingen ich habe gestaunt dass meine dass meine skillung eine pro skillung ist da habe ich mir auch gedacht junge ich bin ein ganz normaler spieler also wenn das schon pro ist so dann dann gut macht er so es kann doch immer sein dass immer irgendwer irgendwo items findet und dann macht das eine ganze skillung die vorher nicht nützlich war wieder ist nützlich und sowas ja und ein koreaner findet ein item was er dachte das wäre für billig auf einmal ist das absolut must have und er will es sich verraten digga das ist gerade im umlauf ne echt? es gibt so viele möglichkeiten auch mit dem paragons es gibt für den bärenscham ach für die bärenschamann sag ich halt für den druiden ein neues bild hat er entdeckt und der will die werte nicht sagen weil die preise im disco explodieren würden weißt was ich meine? richtiger zinke aber der geht halt gut ab ganz ehrlich wenn ich das wüsste würde ich es glaube ich auch nicht sagen ja ich würde erstmal alle items aus dem shop aufkaufen die hammer werte haben und das dann verraten mit der richtigen para machen kohle 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 ja und jeder zockt ja aus den anderen grunden manche wollen rich as fuck werden die anderen wollen die besten items haben die anderen die besten werte die anderen gibt ja manche die wollen die machen das spiel jeden tag um die leute zu ziehen das ist ja auch eine art von spaß also um geld zu verdienen quasi oder einfach nur zum spaß das ist ja auch in ordnung das ist wie ein mmo was sagst du? ja ich gebe ein mmo das ist ja theoretisch eine mmo ja theoretisch ja auf eine art das funktioniert nicht oh oh gibt's keinen dungeon verändern? in der hinsicht nicht nein leider nicht wie spiel man denn zusammen? gar nicht wir anschreiben die zu dem global chef ne? mein gott oh mein gott ich geh drauf alter diese scheiß mücken die kotzen mich sooo an diese verfickten drecks mücken Junge hast du den hammer des todes noch hinterher gekriegt du hast genau gesehen da knallt C4 aber an C4 Junge mit dem was ist das für ein bild mit dem in das spiel? na blitze eis schnitzel shit hier alter siehste doch woher hast du den? den hab ich mir selbst gebastelt das ist halt der der macht eis und sprengt alles weg wie würdest du das bild nennen alter? overpowered stand alone? eissprenger dingens eissprenger eissprenger er leckt mich er leckt mich ja er kifft einfach zu viel er zieht euch zu hart einen durch das ist mein bild oh baby alter alter das video würd ich mir angucken irgendwann jakse ich euch auf die birne alter dann rand ich schnell weg das wollen die leute sehen ja? ich geh auf den kopf jakse ja das auch ja apropos weil du sowas sagst wirklich langweilig komisches content siegt wirklich ja es guckt doch sonst so gut wie niemand rein ja in youtube und dann hab ich einmal stiles hab ich das auch gegeben gesendet dann hab ich einmal so getan als ob ich mit der macht quasi einen toilettendeckel anhebe und sofort instant 300 zugriffe und ein paar likes am start jetzt bin ich inzwischen auf über 600 zugriffe und so weiter und die leute finden das geil wie ich die klodeckel in anführungszeichen mit macht hoch erhebe runter mache Digga wie heißt doch mal bei euch der berliner platz oder was? oder wie heißt das bei euch da nochmal? bitte? wie heißt doch mal der platz da bei euch am bahnhof ich komm nicht drauf Alexanderplatz? ne Alexanderplatz genau wenn du jetzt heute noch Digga live auf Twitch gehst oben ohne Digga und richtig schön auf den Alexanderplatz ein Häufchen legst Digga bist du direkt in den Trends ich sag's dir das instant alter und dann bist du bei Twitch natürlich gebannt aber machst direkt unten ne Verlinkung the new best streamer in Germany live on Kicks alter FKK Content FKK so ein bisschen wie 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 heißt der Gokusohn nur ein bisschen anders so gemacht ja auch schlimmer weißt du was jetzt schlimm ist? das würde sogar funktionieren ja du dann ist das leider heutzutage ich weiß was meinst du warum der Monte auch immer so auf Vorkenfall der sich so viele Storys gerissen hat wenn das mal wieder bergab gegangen ist das hat er irgendeine scheiße irgendeine scheiße macht und schruggelt in der äh viral das ist FKK und die Kinder feiern sowas ja Mechon ja man gleich bist du down oder was? schierig ja hack me style alles in den FAMESEN alles da war fast down ich hab schon wieder gesehen hack me wild T4 ist nicht immer runter das ist eher T4 ist äh ist eigentlich auch nichts Digga ist halt doch nicht für jeden was ja ist nicht für jeden was ne Selfmade Records Bilder das geht ja das stimmt ey jetzt nen Haufen auf dem Alexanderplatz oder was du da gesagt? boah ey die Geekots werden knapp mehr gehören du kannst nicht mit dem kranken YouTuber der irgendwie auf Malle so äh Leute beworfen hat mit Müll das ging auch viral ja das ist so das ist einfach das stimmt der hat recht ich weiß nicht das funktioniert du willst mit Müll beworfen das ist natürlich krank aber was willst du machen? es funktioniert ey man muss sich selber in den Dreck ziehen einfach mehr Blamage ist durch boah wieder runter Rob dem Eckern ey ich will Baby ey ich geh gleich auch auf den Reinstream guck mir das an ne 5 Feelpots zittern da 801 schwein gegen den Nägel für den Steffersaden 801 oh kacke jetzt geh ich drauf ich bin geißgiftig ich kann nichts einstecken ich kann nur austeilen aber nicht einstecken das ist totale kacke wie gesagt Digga such ein halbwegs geiles Bild daraus es gibt ein Feuermage und ein Eismage und wenn du dich daran richtest dann kannst du wenigstens immer sagen ey geil ich hab nen Upgrade gefunden ich werd immer stärker und so mal King willst du noch ein paar Dungeons machen jetzt gehts los Alter um die Uhrzeit boah nicht mehr normaler Typ ey erst mal die alte reingeknallert und dann kommt da oh mein gott ich hab keine Pullen mehr ich hab keine Pullen mehr ihr Schmutzviecher und Schiss mir gehörn das weißt ihr und als es dann und als er tut nice ey das ist so ein scheiß alter vier alter vier naja also das Problem ist halt das geht nicht wow das Digga Alter erste Runde sofort Ende alles verloren Hardcore Modus ach das ist ein Piss alter also ich bin zu stark für T3 aber ich kann nichts einstecken für T4 ey das ist doch kacke man oh oh und jetzt ist der Frust da da gibt's also ich find also die Skillung ist eigentlich vom Damage her ist die eigentlich schön ne dabei noch nicht mal Glaskanone und trotzdem extrem Damage aber ähm ähm ach extrem Damage Digga weißt du was extrem Damage ist ey gib mal bei Youtube ein mage extrem Damage ey ja aber die haben doch bestimmt schon höheres Level als ich ne ooooh 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 Synchroner Log in TeamSpeak und Diablo ja habt ihr vielleicht eine Webseite wo da jetzt gerade der aktualisierte Bild ist vom Magier was Zerstörung Eissplitter Bums angeht oder so warte Stiles hat mir gerade die Awesomeness geschickt glaube ich ähm achja sind sie gekommen oder was jetzt passiert ey so voll war das TS seit 3 Jahren nicht ey geil alter back to basics alter ja oder auf ach ganze Asylum ist hier ja ganzen verrückten ja du bist der Größte ja du bist der Oberverrückte boah ich hab ich bin normal ja da hast du mal ein paar Storys aus der Feuerwelt das kann man normalen zwischen ne ach ach ja jetzt ab Alter nein in die Scheiße hier schlassen die alle wieder Stiles was ist denn das hier alter da werden Sachen empfohlen die sind alle kacke ey die gefällt mir nicht wo 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 kannst du mir mal einen exakten Direktlink geben zur I-Skillung Martha ja ich hab heute gestern Abend noch umgespielt ich schwör ich Baller so weg als Wirbel sind echt das funktioniert ich schwör ich verliere so wenig Leben ja wenn ja dann können wir ja irgendwann mal probieren mal die richtig hohen zu laufen zu zweit ne ich sag dir das ja ja da das spielst du doch glaub ich diesen Schrott mit den Eisscharts der Schrott der schrott der muss wissen wie die Rotation ist alter ja da gibt's ein Youtube Video alles das wird er ja wohl irgendwie verstehen Digga das ist alles Englisch mein Game ist auf Deutsch Junge da steht die ganze Zeit bla bla alter aber warte mal welches Level haben die Viecher hier noch 101 ja leck mich noch mal ab Digga was denn ja ein Hütter ich bin fast tot alter ja Digga ich hab ach ja Digga ich hab jetzt einfach meine Casual Dungeons angemacht ne ja ich hab das grad gemerkt die erste Kenne und ich war fast im Dreck ich glaub ich bin schon mal alleine Digga hab ich ganz vercheckt naja die sind 100 irgendwas ne ja sorry ich dachte ne das war jetzt so okay boah das ist schon gut ich hab schon die ersten Paragonpunkte wieder ich schaff noch kurz zu rauchen aber sowas von Digga wo ist denn mal wow das Patch ich glaub das war mich vertan das kommt erst nächsten Monat ja ja scheiß doch wenn er da ist dann zocken wir dann erst aber jetzt wird erstmal Diablo gesoftet ja das sowieso gell jetzt fängt das langsam an hier Spaß zu bringen na wenn man jetzt selber so ein bisschen zockt weißt was ich mein Salz bitte das ist mir zu komplex raff ich gar nichts was da ist ey raff ich überhaupt nicht gar nichts ey das sieht aus wie ne Formel wie ne Formel für Atombomben bauen alter das ist das kenn ich nicht weiß ich nicht ja dann spiel dann selbst mit keine Ahnung ja eben und dann beschwer dich dich dass du keinen Spaß hast oder du oder ich mach den Stream an und du sagst mir wer wird denn da grad von seiner Frau auseinander genommen äh ach King mal wieder kenn ich doch bei mir ist Ruhe was hast du mir gemacht King bei mir ist Ruhe hier hier ist Silence Digga die Bubble muss mal weg gehen das ist jetzt richtig geändert oh es gibt neun Videotreiber steht hier vom 29. das ist ein Schlüssel hast du oder hast du oder was du benutzt ja doch wir sind richtig äh Digga ich muss das Spiel bald ja nicht deinstallieren ich muss irgendwie mit mir einen Anreiz schaffen dass ich äh mein ganzes Lager löschen nochmal von vorne anfange ich das ist so unspielbar momentan für mich ich hab nie Platz ja ja dann verkauf doch mal einfach irgendwas hab ich schon ich hab alle Sachen rausgehauen aber ich hab halt halt für das Boneskill alle Sachen jetzt schon fertig und ich möchte halt das Minion Build hab ich jetzt auch fast fertig ne und ich brauch halt die Items ne ja du bist einfach nur itemgeil ja klar itemgeil ja nicht in nem Loot Game nicht itemgeil zu sein wir machen das so wer gibt dem Fuffi alter und ein Zehner behältst du immer ein bis die 70 Euro voll sind ja oh doch Digi ein Zwambo Digi zwei Zwambos und den Nackenklatscher nicht vergessen in dem Gips weil den hat er unterliegt ich rauch ein und dann kehren wir weiter ja jetzt kommts Digi Heldfire is active wie dir ich seh das oh Baby Alter da ist das 7 6 5 4 unser hellenfeuer sagt hier steht bei mir ne ist grad vorbei oder der hellenfeuer ist grad vorbei glückstreffer ihr habt eine korrekt ist vorbei war nämlich gerade an hier irgendwo in der City hier vorne war ich ja klar alter das ist mein Schad Junge damit mache ich mich unverwundbar mache jede Menge damaged plus vereisen wenn ihr eine Elite Gegner Blutung verursacht du machst oder was da runter du siehst du den Skillbomb von dem nö hab ich nicht gesehen du kannst ihn groß aufmachen dann siehst du den ganzen Bild da stand nur Text am Start ich hab nichts gesehen nö muss mal runter scrollen da steht Skilltreepoint dann kann der Paragon Punkt der gibt's auch noch ja digga ich weiß ja ich weiß ja morgen zeigen wenn ich weiß was das ist ne ja aber mein mein geisterpferd ist wirklich geil digga na ja glaube ich das sieht ja auch geil aus na ja du hast in dem Game geilere Sachen als im Shop aktuell ich sag dir das doch ja da oben ist ein Boss ouch ja das heißt Licht ne warte mal kurz der Struggle is real Alter was war das für ein Sound ob der Butcher am Start wär oben ist ein Boss ja kann sein na mal gucken ne oh Baby alter ne pick ihn um oh ja ich hab ein Mini Upgrade gekriegt ne gestern noch äh das hat sich gelohnt äh Leute es war ein Boss drin hey geh hoch geh hoch geh hoch ja geh hoch ja den Loot Digga ein Koreaner oder ein Chineser gestern oder was oder war es heute die News oder vorgestern den 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 Großvater gedroppt alter dieses kranke Schwert oh scheiße ich kann nicht machen ich bin im Struggle ich bin gerade auch im Struggle geh mal nach oben geh mal nach oben oder komm zu mir bleib hier unten da oben kommt ein neues Pack warte mal der Winkel ist kacke äh oh Digga hier liegt so viel Loot warte mal ich müsste eigentlich mal kurz verkaufen ne ja ich weiß nicht wie also der Lagerplatz das ist echt behindert gemacht aber vielleicht tretchen die ja diese Scheißkiste noch weil du bist bestimmt der einzige der rumheult Digga alle holen rum das ist ein Farm Spiel und du kannst dich farmen ne das stimmt aber man muss dazu sagen die jammern schon seit Teil 1 rum das war schon immer so wir haben einen 717er Ring gefunden das ist immer hat der Crit Chance Crit Damage Attack oder was hat der oder wie äh das ist eigentlich nicht ganz so geil deswegen habe ich ihn nur im Rucksack Digga du kannst dir eines merken Crit Chance Crit Damage und Schaden gegen verbundbare äh Ziele oder warte ich sag dir kurz genau das deutsche warte wo sind wir hier Schaden gegen verbundbare Ziele ist absolut äh Top S egal auf welches Item für alle Klassen das kannst du dir merken für alle Klassen wenn du Crit Chance hast und Crit Damage plus verbundbar ist egal für welche Klasse ist GG das braucht jeder weil das momentan das must have ist ey wir haben gestern nicht gestern vor 4 Tagen ne Waffe verkaufe 17 Millionen ich kann dir das auch mal schicken äh 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 gegen ne hast du Discord ja dann kannst du auch mal die Gruppe dann kannst du auch ein bisschen Gold machen oder so oder in Dings äh ne die mit den Leuten auseinandersetzen ja das ist ganz ja muss man nicht ne nur wenn man Bock hat ne ja ist halt übelst geil gemacht ne ganze Leute finden mit dem Quatschen Items sharen potz abkauft das ist auch so mal äh äh gestern äh 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 nicht gestern vor 2 Tagen oder so paar Potts gekauft ok was was hast du gekauft Tränke die Tränke ach soo ich hab verstanden Bots gekauft deswegen ich hab grad gedacht ich verhör mich ey ja ja Pötzchen ja die Tränkchen ne ja ja ne die Abwirt-Kommune die ist halt gewaltig da sind ganz schön viele unterwegs Digga ne 300.000 Leute ja was müssen wir überhaupt machen Digga ich kill immer nur die Mobs wir müssen noch ein Link töten irgendwo Hörte die Hörpüster da scheppern die Werbung erstmal rein mit dem Ekronom-Kanal äh Digga das such ich mir nicht aus den Fick ja nur weil ich äh das Programm äh auf Standard überhaupt eingestellt hab hat man wenigstens vor dem Stream keine Werbung mehr es ist so ein verfickter Trick ja dafür krieg ich irgendwie 8 Werbungen mit dem äh ja aber wenn man einen Sub macht dann äh den Prime Sub zum Beispiel dann geht die Werbung dauerhaft weg ja kostet ja auch Geld ja aber nur wenn du Prime schon hast dann ist kostenlos ne und kommt eigentlich der Prime Diablo bitte? Prime Loot kommt jetzt in ein paar Tagen oder mal kannst du dir davon sagen äh mir ist immer ich streame ich streame immer 6 bis 7 Stunden das heißt äh wenn man bei mir am Start ist kriegt man immer zu 100% den Loot so hole ich mir meinen eigenen Loot immer ähm ähm boah ist der Struggle real mit dem scheiß Ding hier wie viele Dinger kommen denn hier äh so jetzt werde ich einfach mal den Hauptstrukturbomb jetzt mal so äh skillen alter aber der zeigt nur die normalen Skill 3 wie 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 komm ich auf den anderen alter da ist nur ein Film Junge naja überall Goldbatzen hier das hört nicht auf das ist ja auch hier extra wie Metzler der Lobby is real gib mir mal so ein paar Sterne zum Looten oh der ist ganz schön gekommen denn hier äh der Exploitte is real sagste? alter Lachs ey ich bin ein bisschen was bei mir äh ähm Amazon Prime Gaming Ba 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 A bäckige Länge Mount, kommt am 6 Juli was kommt? bäckige Länge emma mount skin wieder kriegst du kostenlos im Primat ja ich hab meins mit prime verlinkt alter ich verliere eine halbe Million wenn ich jetzt mein Skill weg mache Digga, bist du verkaufen gegangen, oder? Ja, ja, kurz verticken, Digga. Ich muss echt... Und so oft umgeskillt, oder was? Kennst du mich? Äh. Das ist aber unnormal teuer. Das ist aber was nicht richtig. Der hat 300 Mal schon umgeskillt, oder was? Hab schon ein paar Mal schon umgeskillt. Dynamisch immer vor und zurück. Da brauchst du dich doch nicht wundern. Da brauchst du dich doch nicht wundern. Oh mein Gott, warte mal kurz. Das wird immer teurer, Digga. Hat das auch ne Grenze? Nach oben, oder wat? Weiß ich nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Ich hab nicht einmal... Weil ich mich vorher informieren nenne, bevor ich was anfass. Ich hab noch nicht einmal was umgeskillt, oder so. Ich hab jetzt alles weggemacht und mach jetzt den High-End-Skill-Boom, den mir hier angezeigt wird. Da hat's sogar die Zahlen zerschossen gerade. Ha! Er hat nicht programmiert. Digi! Digi, ey, unplayable, sagst du? Nervt das, ey. Der Freddy-Line ist in Hans-Shodown allein. Ja. So. Er zieht durch, sagt er. Ja. Er zieht richtig durch, ey. Das war's komplett, ey. So. Ja, noch bin ich nicht im Live-Mitschränk. Ich dachte, du wolltest was testen, wenigstens, Digi, ja. Ich war gestern schon drin, ne? In Hand. Oder gebrimt durch irgendwas. Du kriegst auf manche Fähigkeiten durch deine Rüstung diese Punkte, deswegen stehen da mehr Punkte, merkwürdig. Ah. Ich bin schon hier, ich warte noch. Deine Anwesenheit, Bruder. Ich hab drei Charakterplätze, drei Dinger frei. Das war's komplett, ey. Das ist so zum Kotzen, Alter. Wo ist der Echtgeldshop, wenn man den braucht, ja? Ja, was meinst du, wie die abcashen würde? Zehner für ne Truhe oder so, weißt du, was ich mein? Ja, ja, ja. Das ist, wieso ist sie, das hab ich noch nie gesehen. Wieso ist sie in so ner Bubble, Alter? Weil die schwul ist. Oh, baby, easy. Was gab's, was? Oh, was ist das denn, Digi? Oh, Ultra-Ware, oder was? Ne, das nicht, aber ich muss mal hier, oh, wieder so viel lesen, Digi. Das ist ne Dornhose, Digi, Dornhose, ist doch cool. Oh, da braucht der Ducky to the Bart, ja? Die Dornenbuchse. Ja, warte mal, was haben wir denn hier? Baby, Alter, das geht ab, ey. Das steht da, der Gipfel, ey. Ja, würde ich sagen, verkaufen und better. Ja, eine Runde noch, Digi, leider, ne? Ja, machen wir morgen, morgen ist ja Wochenende. Ja, morgen geht's, Digi, geht's, aber richtig los, da ist nicht der... Ey, da ist nicht der Casual Grind am Start, da will ich das richtig sehen, ne? Da geht's los, Alter, holst schon mal Energy für die Frau, Alter. Ne, ne, ich brauch den Energy, ich brauch den. Ja, Reed und alles, damit die ruhig steht, da geht's los, ne? Da ist Level 75, unter Level 75 wird nie ausgemacht. Ja, sag mal an, wo gehen wir hin? Ja, mach was auf, Digi, oder was, ne? Ich muss mal kurz... Oder soll ich einen, was hat, oder was, oder wie? Das ist für mich jetzt halt eh alles hier kein Problem, Alter. Komm, noch ein 49er, High Content hier, bap, bap, bap. Mach auf die Müll. Wo sind wir, da unten? Weiß, Lutz, ist das auch kein Erzähl, ne? Ich hab schon überlegt, mir Charakter nur zu erstellen als Lagerplatz, ne? So wie damals, ey. Wo ist das denn? 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 Ich weiß gar nicht, wie viele Charakter kannst du da haben, 10 oder was? War ja, wo wo, damals glaube ich schon. Ich weiß gar nicht, wie ich doch hier stand, ey. Ja, jetzt kannst du mal bitte in die Skillung gucken und sagen, was ich bei Verzauberung reinmachen soll. Ich kann die, ich weiß, ich kann die Texte nicht jetzt ziffern, weil es kein Englisch von normalen Worten, die man in Real Life spricht, Alter. Ich raff das nicht, Alter. Wo mache ich jetzt bei Verzauberungen welchen Skill da rein, Alter? Ich bin total überfordert. Kannst du mir mal sagen, was ich wo in den Slot reinmache und die Reihenfolge hier, ob das Haupt ist oder Sekundär oder so? Ja. Salz? Salz? Fickt euch doch, ey, Art. Der kratzt dich am Sack. Dafür müsst ihr erst mal einen haben, Digga. Oh Mann, Alter. Kingwood doppelt flambiert. Dieses Scheißding, Alter. Hartflambiert ist halt geworden. Spinnen, Spinnen, Aura, Spinnen. Ja, Digga, das ist halt doof, ne? Die platzen noch auf, wie viel, ich muss ja ohne Ende warten. Ich bin selber mal kurz gestunt. Weißt du, wie wir das am besten machen sollen, ja? Ähm, ich bleib so in der Geistergestalt stehen und du machst ein Stückchen vorweg schon mal. Ja, eben, ey, du kannst eh, Digga, ich glaub, die haben was gepatcht, das hält ewig, ich glaub, das ist schon fast das ganze Level, ja? Ne, so krass ist nicht, aber es ist schon groß geworden, der Abstand. Digga, komm einfach, äh, wenn der Balken weg ist oder was? Ne, was jetzt? Du bist tot? Ich bin in dem Moment losgelaufen, wo du sagst, komm einfach, und dann ist halt das Ding, das Ding wir used. Ja, Digga. Digga. 49 incoming, ne? Ja. Beste Timing, Emu, wetzt hast du, ey. Ja. Kann keiner so gut. Was sagt denn eigentlich die Karte? Gibt's eigentlich mal wieder ein Legions-Event noch? Ja, wir haben vorhin was verpasst. Legion hab ich vorhin gemacht, vor... Ja, kurz bevor du gekommen bist, ne? Ja. Ich hab heute auch schon, heute Mittag irgendwas mal, paar Mal gemacht. Woll mich mal wieder, bitte. Achso. Ja, weil ich bin gestunt. Dieses Piss-Teil, Alter, das geht mir ja richtig auf den Zeiger. Ist fast so schlimm wie die Glocke, ne? Echt. Obwohl, die ist noch eigentlich easy, Alter. Die ist erträglicher wie das Scheißding. Ja, aber Glocke muss halt drinnen stehen. Und in hohen Levels, Digga, und du bist gezwungen, wenn das in Nidlbeck an einem Arsch ist, drinnen zu stehen, ist nicht so cool. Ja, stimmt. Darf doch irgendein Ding kommen. Jawoll, nn... Digga, scheiße. Geil. Digga, du könntest mir mal wieder ein bisschen Kohle abgeben nachher, ne? Ja, so, hallo. Kann ich gerne machen. So, hallo. Hallo. Warte mal, was hast du gekriegt? Warte mal, Degi. Was willst du denn da wieder wissen, Herr Krug? Star, jetzt kannst du mal einen separaten Channel mit mir gehen. Nee, der selber hat der Darkward vorhin auch gekriegt. Du spielst paar Sekunden, Alter, krank. Du hast gezwungen. User erinnert deinen Kanal. Warte hin. Äh, wo stecke ich mir jetzt das Passive hin und was, Alter? Ich finde das einfach nicht. Außer hier habe ich sechs Punkte übrig. Wo stecke ich die mir denn hin, Alter? Jetzt habe ich doch gerade eben erklärt. Wo denn? Ich habe nichts verstanden. Die haben alle geredet. Ey, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, du hast auf der Richtung manche Punkte schon. Da fehlen ja wahrscheinlich welche, die du nicht reingesteckt hast. Danke, dass du rumschreitst, während der hier streamt. Ja, so, halt die Backen. Ruhe. So. Du wählen Punkte, die du nicht reingemacht hast, wo du schon auf der Rüstung Punkte bist. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, wo du schon Punkte gekriegt hast. Das ist natürlich unnormal. Nicht so. Ja, da musst du gucken, was du auf deiner Rüstung für Sachen hast. Das heißt, am besten zieht mich jetzt quasi im Game aus und dadurch sägt das ja, ne? Ja. Warte. Von dem Ding. So, dann haben wir. Moment. Was musst du denn jetzt wissen? Moment. Nehmt ruhig, was übrig ist. Nix, weg. Nicht nackig. Anführungszeichen. Sieht ja trotzdem niedlich aus. Äh, jetzt wieder den Skillbaum aufmachen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz den Skillbaum analysieren. Moment. Moment. So. Also, der dicke Pfeil. Er wird nicht gepimpt. Mit nix da oben. So. Dann haben wir hier fünf Punkte dort. Fertig. Einer hier, zwei dort. Wieder sollte drei sein. So. Bleibt leer. Da nix. Fährt durch. Eins, eins. Eiger, Gras, Glaskanone. Graskanone. So. Und hier ein Ding rein. Uh, so ein Stück auch vergessen. So. Ansonsten ist es durch. Jetzt die Hand. Beide da oben. Ansonsten bleibt es leer. Eins, drei, zwei. Perfekt. Eins nach unten zur Wolke. Kommt eins hier. Und drei dort. Fertig. Okay. Dann, das da. Das ist perfekt. Dann, alles maximal. Ja. Ja, und das war's. Bleiben tatsächlich vier Punkte übrig. Krass. Bleiben vier Punkte übrig, Alter. So, ja. Da hast du ja gesehen. Vier Punkte. Ich hab' gerade doppelt verifiziert. Weil die keinen Nutzen haben, quasi. Obwohl man ja theoretisch eigentlich bei mächtiger Abwehr was reinmachen kann, finde ich. Okay. Geh' mal runter. Weiter runter bei Feuer. Ah, so wird. Okay. 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 und dann wäre die abwehr ja eigentlich awesome alter oder oder zumindest die nova digga in der nova dann habe ich die maximale nova steht auch der schild ist hier gut theoretisch the following table show the firmware the first table has the most important 51 points to start the build the second table has remaining seven points so zwei punkte bleiben übrigens übrig habe ich gerade gemerkt zwei punkte ich habe doch was verpasst sekundär jetzt habe ich exakt 0 jetzt habe ich exakt 0 so aber wie mache ich das jetzt unten hier rein bei fertigkeiten dingen und noch meine leiste das ganze linke also auf die rechte maus das kann ich nach blieben aber so wie der typ das aber da stand doch irgendwas mit rotation in den dingen zusammen würde ich das natürlich so anlegen wie es ja was ist jetzt der hauptskill und der kurs kill also von denen von rechts und links von denen von den dinge ist das schon korrekt halt als schade ist rechts und dinge ist links der blitzepfeil die eis schade sind rechtsblick hat er dass dieses rote rote schild da der hat anders gebeindet der hat die anders gebeindet die tasten kann dir das nur sagen der hat darauf recht weg hast du müsstest du jetzt dieses feuer ding was alter ich soll das bei rechtsklick reinmachen dass ein flamm schild angeht der hat das auf c auf c wie caesar der hat die tasten unten umgebendet er hat nicht 1 2 3 4 und maus links rechts ist doch egal er hat doch unten so eine leiste am start ist die nicht so sortiert nach der reihenfolge wie man den irgendwie benutzen soll oder so ja ja die sag ich dir ja gerade die reihenfolge so dann leg mal los links klick ist dieses schild dieses feuer schild mach ich nicht drauf dann meintet auf die 1 rein hier hat er dieses ich habe den stream an vielleicht kannst du besser beschreiben auf 4 ist das was ganz unten ist der ultimate das ist auf 4 auf 3 hat er dieses äh wissen das dieses was in der dritten reihe auf rechts ist der blitz teleportation wo ist das auf welchem slot 3 3 3 3 3 3 3 das kommt auf 2 habe ich schon 3 und auf 1 hat er 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 9 Die eine Fähigkeit sehe ich da gar nicht bei dir drinnen. Hast du die Skillbomb schon erlernen? Kommt das vielleicht, als wenn du das erlernt hast? Ich höre das nicht. Wo ist das? Bei der Wolke, bei dem Feuer, bei der Hand? Das ist so ein komisches Eisding da, keine Ahnung, das ist bei dir nicht drin. Oder warte mal, doch, da ist es, da ist ja ein Punkt da oben. Meinst du die Frostnova? Geh mal mit der Maus rüber, die Frostnova, das genau, das hat auf eins. Gilt mir jetzt irgendwas beim Auswählen hier? Bei Fertigkeitszuweisung? Abgesehen von den Verzauberungen, die muss ich auch wissen. Ah, der hat halt dieses... Verzauberung, sind ja nur zwei Slots. Auf links... Das, was du auf links klick hast, da hat er dieses Brandschild drauf. Keine Ahnung, aber du hast ja jetzt eh alles drin. Sondern, keine Ahnung, müsste alles drin sein. Ne, mein Brandschild habe ich nicht drin. Ja, das muss rein. Das hat er auf linke Maus, das da drauf, ne? Aber wie löse ich denn meinen Chart aus, Alter? Was kommt denn jetzt bei Verzauberung rein? Verzauberung sehe ich hier nix. Hatte das da unten drinnen stehen oder mal? Enchant... Alles außer Ultimate. Enchantments-Plots hat da Eisshards. Eissplitter. Ne, warte mal, der Firebolt ist da drin oder was? Not unskillbar, only for Enchantments-Plot 1. Firebolt. Und, war das auf dem zweiten? Auf dem zweiten... Eisshards und Teleported angeblich drinnen. Oder Firebolt und Eisshards. Was sind die zwei Sachen? Alles klar. Ja... Ja... Ich kann ja heiter werden. Gucken wir mal. Was ging jetzt denn hier? Oben. Du musst halt dort die richtige Rüstung aufnehmen. auch haben, ne? Ja. Äh... Aber wo kommt jetzt die Flamme hin, Alter? Die ist nicht unten in meinem Auslöse. Das heißt, ich hab nix, wo ich das benutzen kann, Alter. Welche Flamme? Ja, weil ich hab das Flammschild unten nicht drinnen. Aber das scheint der zu benutzen. Ich mein, du siehst ja den Stream. Naja, der benutzt das Schild halt auf Cooldown, ne? Dann, wenn's ready ist. Du kriegst irgendwie Cooldown Reduction, sodass du die ganze Zeit die Sachen immer aktivieren kannst. Aber er hat wahrscheinlich ne Rüstung dafür. Ich weiß nicht, ob der Cooldown so runter geht. Das heißt, du kannst das Schild relativ schnell wieder benutzen. Genauso wie die Forstnora, die auf 1 ist. Komplette Cooldown Reduction kriegst du die ganze Zeit auf die Skills. Ja, aber wo mach ich mir jetzt nochmal den Feuerschild hin? Ist der überhaupt in der Aktivierung? Der muss irgendwo in der Aktivierung drin. Ja, der aktiviert das aber auf einer anderen Taste. Der hat da, wo du die Maus links Klick hast, hat der C. Die Taste C. Die Taste C. Und da ist das Schild. Also mach ich das Schild jetzt hier hin quasi, ja? Ne, links, nicht rechts. Hier. Linke Maustaste. Linke Maustaste. Das Schildschild. Ja, da ist das Schild. Ja, dann habe ich ja keinen normalen Skill mehr mit den ich Piu, 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 Piu machen kann. Doch die Eisscharts sind das doch, oder nicht? Ja, ist aber nur die Eisscharts, liebe Digga. Das ist ja... Ausprobieren. Warte mal. Oh weia, Alter. Ja, das wird ganz... Das geht ab, Diggi. Das geht ab. Das wird gewöhnungsbedürftig. Das wird gewöhnungsbedürftig. Ja, keine Ahnung, ob du den Bedebock fehlen kannst, wenn du gar nicht die Rüstung hast, ne? Du musst ja jetzt erstmal farmen, ne? Und die Paragon-Punkte muss ich glaube ich auch anders verteilen. Keine Ahnung. Ja, aber da sehe ich keine Vorschau, ne? Die ist nur in dem Video, scheint mir die Vorschau. Naja, der zeigt das in dem Video. Mach jetzt viel weniger Damage wie vorher. Kommt mir so vor, obwohl ich Glaskanone auf Max hab. Normalerweise knallt der übelst. Geh mal gucken, ob der Flash hier funktioniert. Jetzt geht er zu schnell runter wie vorher. Deine Skills müssen halt auch übelst schnell wieder ready sein. Bei dir passiert da gar nicht. Das Gute ist, die werden permanent penetriert. Boah, Junge, brech mir ja ein, drei Jahre hier ab an dem Gegner jetzt. Ne, du hast die falsche Rüstung. Das kannst du gar nicht spielen. Deine Skills reseten sich ganz normal aus. Der hat die ganze Zeit Eis-Nover aus Dorf 1 aus. Geht im Sekundentakt bei dem ist er wieder ready. Ja, dann bringt dir das alles gar nicht. Das heißt, es ist ja auch Glück, dass die Teile droppen halt. Wenn die nicht droppen, dann kannst du niemals die Skillung benutzen aus dem Maus. Die dir empfohlen wird. Das geht gar nicht. Ne, du musst die Sachen halt farben, ne. Ist ja klar. Ich kann alles rückgängig machen, weil es Schwachsinn ist. Die Aspekte brauchst du, du brauchst alles. Und sonst bringt das nichts. Und wieder eine halbe Million weg. Oh. Auf mein Spieler. Ne, jetzt meine ich ja. Diese Tutorials sind absoluter Schwachsinn. Weil das Problem ist halt, wenn die Rüstung nicht droppt, dann ist die ganze Skillung einfach überhaupt nichts wert. Und einfach aus dem Maus schlicht. Wieso schon? Wenn wir von Anfang an schon so ein Bild haben, damit wir im Laufe des Spiels halt die richtigen Teile schon zur Hand hast. Du brauchst ja auf dem Bild auf. Wenn du von Anfang an schon die Teile immer weg enchantest und verstörst, dann hast du die Teile nicht, dann bringt dir der Bild auch nichts. Ja. Du musst halt wissen, die meisten wussten halt schon von Anfang an, was sie zocken durch die Bilder und alles so ein Scheiß, ne. Ich auch. Deswegen komme ich eigentlich gut hin. Aber ich werde jetzt einfach die Glaskanonen aufbauen. von Anfang an, bei den Körnlern übernommen. Von Anfang an, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wohl, wenn die eingefroren werden, dann ist ja noch besser. So, hier mache ich, das Pferd brauche ich nicht. Dann tue ich nichts. So, dann kommt mein Wölkchen, alter. Der Pferd, denke ich auch immer gut. Ich probiere mal. Schau gut. Da muss ich denn noch schauen, wie ich weiter skippe. Das muss alles auch. So. Vielen Dank. Hier explodiert es, Alter. Die 11 Punkte bleiben am Start. Barriere ist definitiv gut, Alter. Das kann man ganz klar sagen. Und werden wir die mal hochballern. Ups, Glaskanone geht so nicht. Okay, der wird Wax machen. Jetzt sind alle Points weg. So, jetzt bin ich gespannt. So, jetzt muss ich noch den Ultimate belegen. Muss ich denn nochmal schauen. Lohnt sich das, glaube ich, wenn wir da wieder den Blizzard benutzen. So, das sieht sehr nice aus, wie ich hier sehe. Ich hoffe zumindest, dass das nice ist. Nicht machen. Jetzt ist wieder meine gewohnte Skillung, aber optimiert, weil jetzt mehr Damage am Start ist. Schauen wir uns das mal an, Alter. Gehe ich vielleicht noch schneller down wie vorher. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich erst mal gucken. Gut, ich habe vergessen, meine Rüstung anzulegen. Ah, Diga, 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 Diga. Oh, Lilith Altar gefunden. Yay. Ja, gut, bei normalen Gegnern wie immer selbes Ergebnis. Halt ordentlich ab. Jetzt knallt es wieder ordentlich. Oh, müsste ich mal in der Instanz gehen, ey. Fassend. So, jetzt sehe ich ja, wie, wie das geht, wenn ich die Elite jetzt ballere. Also, ich habe das manchmal auch so gemacht, damals, wenn ein Teil getroppt ist und das war wirklich krass für etwas. Dann habe ich meine Skillung angepasst, weil das Teil sehr gut war und das dann dementsprechend was gebracht hat. Aber andersrum kann man das nicht verwenden. Man kann es nicht einfach die Skillung umtauschen, so wie es empfohlen wird. Das geht tatsächlich gar nicht. Ich habe mich schon die Paragon-Punkte und vor allem die Legendary-Aspekte und das kann ich vergessen. Ja, und die bekommst du in T4, wenn du mir nicht irre, ne? Aber ich habe mich damit nicht beschuldigt. Ich habe mich damit. Ich habe mein Gott gesehen. Also, ich kann das nicht vorstellen. Ich habe nichts mehr. Ich habe mich damit. Ich habe es nicht mehr gesehen. Das ist so, dass ich dann das alles Ball Cooldown, kann ich jetzt nicht mehr machen Naja auf jeden Fall ist das jetzt minimal optimiert halt wegen der Glaskanone aber um um vor allen dingen gerade bei dem game wo das sowieso so ist dass manche leute wirklich nie glück haben was das teil angeht nicht dass sehr kritisch skillungen auf basis von irgendeinem ding war droppen kann wenn man jetzt wüsste dass dies und das wirklich garantiert droppt in der und der sache auch mit den stats her dann könnte man ja plan aber so horrorunfall am flughafen frau im laufband eingeklemmt bein amputiert wie kann man denn sowas machen da merkt man dass die sicherheitssysteme nicht funktionieren normalerweise haben rolltreppen sicherheitssysteme das bedeutet mit was klemmt schaltet die sofort automatisch aus aber in deutschland werden die meisten rolltreppen nicht gewartet und also sie werden angeblich gewartet werden aber nicht gewartet also aus kostengründen halt man kennt man kennt mindestens ich kennt es ja alles verkommen alter es ist unsere bahnhöfe stinken nach pisse überall ist müll alter es wird auf den bahnhöfen gekackt auf die treppen ich rede von menschen nicht von tieren du läufst da lang auf einmal ist dann obdachloser gut der kann ja nichts dafür dass eventuell obdachlos ist aber breitbeinig scheißt der da schön rum alter während du dir gerade was leckeres gekauft hast am bahnhof und alles irgendwie alles ist runtergekommen und fertig halt am ausland ist alles poliert und sauber und bei uns vor allem in berlin dreckige kotze pisse alter ist alles ekelhaft die eltern erziehen ihre kinder überhaupt nicht mehr ja mein kind soll freund schalten was es tut ja rampelt mit seinen dreckigen matschuhen auf dem sitzen rum und so weiter belästigt ein das scheißbalk und die mutter tut gar nix ja guten nacht man überhaupt nicht funktioniert das war vorher noch viel viel schul etwa 1000 mal besser es war absolut katastrophal du musst die perfekte rüstung haben mit den optimalen stats und das ist totaler schwachsinn ja deswegen habe ich noch gesagt du musst ja auch von anfang an am besten auf dem bild ein bisschen aufbauen schon mal aufbauen zu wenig langer fährt zu wenig langer fährt zu wenig langer fährt zu groß die artikel alle ja du musst alles safe und was magst wohl aber jetzt weißt du auf jeden fall beschreibt mir das spiel hier frau im laufband eingeklemmt bein amputiert und vor allem flughafen die mussten das bein eingeklemmt in dem kennst du diese laufbänder wo du rolltrap meint er diese rolltrap mäßigen laufbänder nur die komplett flach sind äh digga da ist irgendwie ein Stück plastik nicht da gewesen und dann ist sie mit dem bein unter die rolltreppe eingeklemmt worden da mussten jetzt bein noch vor ort amputieren altarschwede wo und leute leben ja wie anlacken ja und da weißt du wo die mängel wo die kosten gespart werden ne beim flughafen guck hier hier hast die neuen crackheads digga neuer rekord von wegen ne stunde digga level 1 bis 50 in 18 minuten weißt du bescheid wie close ja wir haben ja ja der typ ist unnormal krank und was von der klasse droide ne keine ahnung sollte man so ein bisschen die leute sein naja da klärt er das und dann geht es ab der ist droide der das macht weil ihr alle nicht das game habt ja der ist droide wolfsgestalt der rennt da durch oder was warte mal ich skipp da mal selber durch ey guck mal da sind 3 level 100 da bei mir ist da nur einer dritte ach jetzt ok aber der droide ist ähm mit wolfsgestalt und so fanadus 18 minuten level 50 dann kannst du doch das eh ja das ist ein geistes ja gut warte mal was für level laufen die warte mal kurz moment halt stopp warte ich war da entweder treiben raus und komm lol die 4 sind ja für mich klar level 53 ja nightmare dungeon geht 49 digga so mach ich da mein para aber zuviert ist natürlich schneller ne ist ja klar weil die die map schneller klären können ne beziehungsweise zu zweit sind die oder warte mal zum ende da sind die zuviert am ende zu dritt jagen aber weißt du bescheid nirg ne geht los das ist ja echt hässlich ne 18 minuten das erste mal noch was von einer stunde game ready driver was für ein game gar nix für die christliche rechnung ja toll hat die aspekte nicht ja das tut natürlich wie und manche sind halt ultra rare ne manche tropfen oft ich hab zum beispiel einen aspekt hab ich getraut digga das hab ich immer in der ganzen spielzeit nur drei mal gefunden ne viel spaß meine ich ja du hast halt auch diesen glückseffekt hier gegen den kannst du da kannst du nichts tun nö kannst du nicht mehr es gibt nur einen effekt den man dagegen machen kann zocken 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 oder alte vier drücken anstelle wenn die sucht kickt meins dann also ich hab alles was ich wollte bis jetzt klar mir fehlt ein zwei werte aber das abzugraden ist halt unnormal ich muss das item damit bestimmt um drei aspekte äh drei drei skills muss richtig sein das ist halt ultra rare also das ist voll besser naja egal bis morgen mal ne oh gute nacht was gute nacht ja euch auch ciao ciao ja user disconnected from your channel hm 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 oh da ist das ich bin mir wirklich nicht sicher ob ich jetzt besser bin oder schlecht weiß die glaskanone gibt eigentlich ordentlich mehr bums aber bitte gewöhne ich mich zu schnell daran oder besser schnell sind die alle schnuffeln gegangen oh ja der bots am start jetzt gehen wir mal gucken wie schnell der team läuft aber jeden fall ein bisschen schneller glaube ich wenn die dinger mich penetrieren mache ich das eben so hier nicht drin geblieben ich glaube ich bin schneller müsste ich mal wieder jetzt auf t4 gucken um zu schauen wie sich das auswirkt aber ich glaube glaskanone halt jetzt stecke ich ja nicht mehr ein jetzt bin ich wirklich entkühle weg vom fenster aber durch die instanz kam ich glaube ich jetzt schneller und viel schneller umgeflogen vor allem die großen mit dem schwert ich glaube die habe ich in 40 prozent der zeit um weggeballert also 40 prozent schneller glaube ich war nicht ganz sicher jetzt die millionen wieder rein bekommen gibt sind 17 millionen immer mal schauen wie schnell mal wieder auf 18 kommen seit gesegnet noch etwas immer eine halbe million haben wir gerade gemacht alter knapp knapp denn easy das ist ja wirklich easy jetzt muss ich schauen was wollte ich jetzt machen ich wollte jetzt wieder hier zu diesem baum um auf t4 zu kommen aber wie gesagt t4 ist empfehlung level 70 und ich habe 66 also von dem her ist das ist das latte ich gehe davon aus dass ich halt wirklich denn mit dem passenden level auch macht dann ordentlich bums halt na so und dafür werde ich jetzt nennt dann suchen und zwar die hier die hier vorne ist gut ach so ist da jetzt also kannst du den anfang vom stream angucken den anfang vom stream alter da schlackern die die ohren digga also ich habe mich übelst gefreut was meinst du hast den anfang nicht gesehen hat sich online gekommen bin war hat jemand tatsächlich ein paket geschickt mal wieder alter nach langer zeit ohne scheiß alter die gar deine fantasie ist wirklich ganz wert ist die grenzwert ein starfield xbox control original digga original verplombt ich habe euch da und was willst du mir damit sagen also ich krieg also wir als sie vorhin ich halte nichts aus also ich verteile jetzt halt noch mehr damage aber man sieht es ja und zack da bin ich jetzt gleich down also ich habe keine probleme mit dem killen das würde gar keine chance absolut keine chance aber die leben also ich bin nach wie vor für t3 bin ich am start aber t4 ist unmöglich kann ich gleich abbrechen das ist so wie wenn du in der beta quasi ja aber gut er hat ja schon level 90 und ich habe level 66 das lässt sich ja mal gar nicht miteinander vergleichen aber es liegt halt auch viel am bild wenn man nicht die vernünftige vernünftige skillung mit den aspekten nicht nur das der kommt ja an spezielle teile ran die droppen ja bei mir in t3 gar nicht das vergisst man auch ne ja das war ja bei ihm auch so du hast halt ein gewisses bild wurde darauf aufbaust und dann später upgrade also da geht es ja nicht um ob es was bringt als sei denn man verdient aber es ist ich habe jahrelang wo wäge gespielt gut wie gesagt zocken ist ja halt zocken also da geht es ja nicht um ob es was bringt als sei denn man verdient ich habe schon mal eine halbe jugend mit verballert diablo sie ist schlimmer was das angeht aber da bist du den ganzen tag nur am grinden und im endeffekt kriegst du ja irgendwann hast du deinen max bild und dann stehst du da und dann ist es voll gepasst dann fängst du den zwinkern das könnte das gescheitert von ww und da habe ich schon gar keinen bock mehr ja muss jeder wissen wird wird er halt seine zeit verbringt andere polieren ihre karren alter und was weiß ich nicht ne oder gehen einmal in die woche in die disco ballern da ihre 700 euro weg und da sage ich da habe ich mit gaming mehr spaß als wenn ich da in so eine fucking disco reingehe muss ich ganz ehrlich sagen und ich rauche und trinke ja nicht in anführungszeichen also von dem her hier du wolltest doch ist der cycle frontier spielen ne die bitte ah ja haben die cheater kaputt gemacht ja dieses schöne berliner studio und so ist nicht mehr dagegen angekommen ist aber eigentlich ein gutes spiel gewesen muss man sagen und dreadnought war auch ein unglaublich gutes game wunderschöne grafik sehr geile explosion geile raumschiffe wenn ich irre war es das game und so und das ist ja leider auch denn down gegangen und ich weiß nicht warum ich glaube man hat sich mehr mit dem store beschäftigt als mit dem game an sich und das ist sowieso immer kritisch da finde ich da sollte mehr passieren das würde mich auch mal interessieren was das bringt eigentlich abgesehen davon dass glaube ich die neueste Nvidia card unterstützt wird bringt das glaube ich gar nichts bei mir hatte panel das gerade automatisch runtergeladen wir haben wir haben da die neue 40 lodo die bar die neue 4060 die neue 4060 und selbst in t3 muss ich andeutende tränke saufen er hat ich sag mal so wenn ich das ganze game durchgezockt habe dann höre ich sowieso wieder auf mit dem zocken es ist sowieso rekord dass ich so lange diablo zocke ich meine ich für mein dingens habe jetzt alles an content gesehen wenn ich die ganzen instanzen durchgemacht habe zumindest und dann war es das eigentlich mehr oder weniger muss ich ganz ehrlich sagen ich habe auch überlegt ich weiß nicht zu 100 prozent ob ich level 100 mache damals habe ich alle charaktere auch nur bis level 60 gezockt und das hat mir gereicht war ein gutes game ich hatte für viele stunden top unterhaltung das geld hat sich dafür definitiv gelohnt da kann man halt nichts sagen storyline war gut game gunplay war gut aber ich zocke halt nix unendlich call of duty ist halt krass ne bald darfst du halt nicht mehr so flamen und so weiter dann verschwindet der letzte show effekt also die twitch regeln sind extrem angehoben worden hat das gelesen keine politischen themen mehr alles verboten und das ist bei vielen just chatting konnte enthalten auch haben viele als just chatting ja auch content zum beispiel depression und so ne vielleicht dass man da tipps wie es besser geht dies und das all das ist verboten medikamenten empfehlung quasi oder was helfen könnte das alles verboten denn es alles verboten normal gibt ja auch leute die negativ dich beeinflussen können was depression angeht und so deswegen soll man erst gar nicht mehr darüber reden damit du halt gar nichts mehr auslöst und so ja aber digga wenn dir permanent bei allen themen die fresse verboten wird was ist denn das für ein leben digga das sind doch nicht ganz dicht generell ist das am ende das ist ja nicht nur was das angeht man kann doch nicht so dermaßen krass die redefreiheit einschränken bei wirklich allem also gefühlt das ist ja wirklich was ist das alter darf man bald nur noch reden über das level und sein char oder was geht ja aber es ist schon sehr abwildig muss ich ganz ehrlich sagen das stimmt da ist ein dicker bikini wo die euter rumfliegen ohne scheiß gerade letztes mal habe ich so in der startseite wieder die dicksten euter gesehen überhaupt habe ich echt gedacht alter nicht mal eine hochleistungs milchkuh hat solche brocken digga aber ist halt wurde sogar empfohlen es war ein empfohlen das dream und twitch auf der startseite die dicksten euter erweiter man den auch nennen können ja und da frage ich mich ganz ehrlich was sind das für empfehlungen was sind das für empfehlungen ja es ist weiß ich nicht doch klar man die ja das sind machen wir uns nichts vor 97 prozent aller männer sind zutiefst notgeil und ich nehme davon an dass mindestens 50 prozent der männer wirklich noch nie sexuelle erfahrungen gemacht haben auch das was ich jetzt gerade rede was wir jetzt gerade bereden ist auch verboten denn sexuelle themen und so weiter aber jetzt geht es noch am 1 juli und es ist klar die wünschen sich alles sind doch solche leute die denn so eine fantasien haben von wegen ich würde alles tun tun um das und das ja ist ja kein wunder diese not geil haben noch nie ist ja klar dass die denn so eine kranken ideen haben von wegen sie würden angeblich alles tun damit sie mal ran dürfen alter das ist ich kenne den effekt ja nicht ich hatte ja schon in der elften klassen alter zwei freundinnen am start und schanker schanker einer alten arbeiterruine also von dem her ist kann mir so eine notgeilheit in dem maße tatsächlich gar nicht vorstellen das ist schon grenzwertig und es wird immer schlimmer irgendwie die geilheit und den leuten wissen nicht mehr rund mit ihrem sagen man muss das wirklich so sagen also ich will jetzt nicht verteidigen aber es ist klar dass halt die frauen denn dementsprechend je nachdem wie die sich präsentieren dann ordentliche erfolge vorweisen können also ich kenne frauen die sehen wirklich ich muss das jetzt wirklich so sagen ja also da waren manche dabei da sagt sie dir ganz ehrlich die feste nicht mehr anwendung sucht bist ja ich muss es wirklich so sagen jeder hat ja einen anderen geschmack aber jetzt wenn ich von einem von einem massengeschmack angehe dann und junge die hat den indian stream reingeschrieben leute bitte pay 2000 euro rein damit ich meine miete bezahlen kann ja ich habe knapp eine stunde den stream reingeguckt und innerhalb von 45 minuten hat die 2000 euro bekommen und hat sich bedankt danke ich kann meine miete bezahlen so und jetzt geht zum anderen thema blam fertig was willst du dazu sagen natürlich hat sie selbstverständlich auch die passenden seiten wo man auch ebenfalls durch nackte tatsachen geld verdienen kann und so das ist ja bald auch in zukunft komplett verboten aber eigentlich bringt das ja gar nichts das twitch verbot weil die mädels die das anbieten machen ja keine werbung dafür auf twitch sondern sie haben eine verlinkung auf twitter die sagen einfach folgt twitter und das ist ja nach wie vor nicht verboten und twitter steht als allererstes denn drin willkommen auf meinen of bla 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 oder was weiß ich nicht ne also von dem her bringt das verbot für solche seiten werbung zu machen feuchten dreck weil meiner meinung nach war ja glaube ich das auch schon längst aktiv dass man für so eine erotik seiten gar keine werbung machen darf ja manche sachen sind überhaupt nicht durchdacht und spielt keine rolle oder so wenn dann müsste man sagen auf die verlinkte seite darf wiederum kein link sein zu einem erotik angebot das würde dementsprechend dann funktionieren aber so wie das jetzt gelöst ist nein und machen und wir uns nichts draus entweder haben diese nur multi link seite an die die verlinken wo als allererstes natürlich die erotik content angeboten wird oder sie bieten twitter an wo denn ebenfalls bei den ersten links angeboten wird dass man ja denn dementsprechend die und die of seite aufmacht also es bringt gar nichts ne und natürlich alter ich habe ja ein paar lehrerinnen gedatet und bin deswegen immer up to date was schulen angeht und so weiter und der größte wunsch vor allem den mädchen und die machen das auch zum teil schon minderjährigen alter dass sie halt gewisse services anbieten im internet für geld weil sie halt wissen das bringt was und die sind auf die idee gekommen weil ebenso gut wie jede streamerin halt das dementsprechend macht na also machen die das auch aber auf ihre weise halt in denen die zum beispiel den account benutzen von ihrer mutter und dann halt die mutter fragen die sind das ne und die mutter fragt denn zum beispiel solche sachen kommt es denn dass die andauernd so ein herbert oder was weiß ich nichtständig geld macht ja ich habe doch tisch am start und youtube und so ne zeigt ihrer mutter die luftballons und dann ja da habe ich den link reingemacht und dann geben die geld also kannst es halt super geil verschleiern die mutter und der vater begreifen das nach wie vor nicht weil in paypal und co da wird ja dann dementsprechend auch bei der geschenkkarte für amazon und was weiß ich nicht da steht ja dann auch nicht vermerkt für die und die videos und bilder also man sieht ganz klar es funktioniert genauso auch mit den e zigaretten mit dem rauchen man muss da auch ganz klar sagen die kinder in der grundschule gucken alle selbstverständlich den und den streamer der path die ganze zeit und so weiter dies und das und bei uns alle am start rauchen die alle welts diese diese dampfwolken elektronikgeräte und sie sagen auch alle ja wegen dem streamer bin ich überhaupt darauf gekommen dann war ich der dann haben alle anderen nachgemacht dann haben die stream geschaut und dann ist cool dann sind noch mehr dazugekommen kettenreaktion kettenreaktion bam 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 non stop so geht das da kommen wir ja halt auf influenza am start also diese beeinflussung von leuten das ist das was viele streamer nicht begreifen sobald du halt auch nur zehn fans hat bist du beeinflusser weil alles was du sagst und was du machst ist beeinflussung halten und wenn ich jetzt was saufe und es ist ja auch so krass wir haben so viel werbung jetzt in tik tok in instagram und co da sind so viele minderjährige jungs und minderjährige mädchen und wir reden hier wirklich von zehnjährig bis 17 jährig alles voll diese range alles voll ja und ausgerechnet diese leute die für diese kinder werbung machen da stehen denn so eine sachen wie dieses getränk hat nur 20 prozent alkohol nur 20 prozent ja und ich gucke mir hin und denkt mir was nur und dann sagen die auch immer so penetrant davor nur 20 prozent noch nicht mal bockbier hat zehn prozent alkohol die haben alle so glaube ich sechs oder so keine ahnung und dann sagen die bei 20 prozent es hat nur so und so viel alkohol ja man kann das fruchtig mixen mit orange und so dann kommt doch noch gleichzeitig da warte ich nur noch dass dann gesagt wird geil alter dank der orange ist das gesund macht einen geilen tag seitdem fühle ich mich auch viel besser nur 20 prozent digas nothing alter und das ist krass und das ist erlaubt das ist erlaubt junge da ist alles aber was soll ich da sagen da ist wirklich das ist alles das muss verboten werden alter das muss verboten werden muss ich ganz ehrlich sagen da muss man weil ist ja klar wenn das cool dargestellt wird und kinder gucken zu dann machen jetzt alle und bei uns alle in den schulen alter grundschule gymnasium spielt keine rolle die sind alle am dampfen wir sind alle am energy drinks trinken viele leute benutzen halt sogar diese diese trainings pulver die wirklich nichts bringen jedes wissenschaftliche urteil jedes es wurde getestet von allen möglichen laboren überall ist dasselbe ergebnis rausgekommen ich habe das auch gepostet in twitter alter überall und überall ist dasselbe ergebnis rausgekommen ich betone jetzt das ergebnis nutzlos useless nutzlos kein fitness pulver hat eine relevante wirkung kein einziges fitness pulver alter und guck dir bitte die ganzen tick tocker an guck dir bitte die instagram leute an guck dir bitte twitter an alter twitter selbst leute die nicht folgen alter ja und so fitnessstudio richtig geil maschallam alter guck dir die muskeln an ohne dieses fitness pulver digger das wirkt schon gut unterstützend ne junge ich habe sogar einen in der liste er hat sich von diesem pulver gibt es focus tee focus tee weißt du was er machen soll er soll dir focus auf sport geben ja ich bin nicht klar darauf gekommen ich bin nicht klar darauf gekommen gedacht was digger was und das glauben die auch noch dass ein t focus gibt junge wie kann man so verstrahlt sein und dann kam denn auch noch dann hat auch noch ein kollege in twitter einen typ gefragt jetzt halt dich fest der hat ein typ gefragt der fitness pulver verkauft junge ob das wirkt und dann meinte der das hat ja keine aussagekraft ist ja keine diskussionsgrundlage er sagt ja schon von anfang an dass das nichts bringt und bla 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 das ist natürlich schwachsinn selbstverständlich gibt es pulver die was bringt so dann habe ich die sau komplett geschlachtet alter ich habe die wissenschaftliche berichte von olympia ausgeholt will ich wo der ganze scheiß getestet ja von verschiedenen anderen ernährungswissenschaftlern dies und das und habe es rein geballert in zwei anträge und auf einmal hat der typ die fresse gehalten eingeloggt tiefer gelegt er war weg digger er war weg danach hat er von mir noch igno kassiert weil er logischerweise ist ja klar junge wenn ich die pulver verkaufen würde es ist doch logisch dass ich als verkäufer sage dass die scheiße wirkt digger wie stehe ich denn da wenn ich als verkäufer und mit enthaber mit mit inhaber wenn ich denn da stehe und sage ich hatte gar die wirken wirklich nicht ne alles ja drauf geschissen ich verdiene meine kohle damit fitnesspulver focus tätiger richtig geil super design or mega alter und der geschmack es ist so schlimm alter es ist so schlimm die lassen sich so leicht manipulieren und wir reden hier von leute in den zwanzigern wenn die sich schon so krall so leicht manipulieren lassen digger habe ich gar nichts wissen was mit den leuten ist unter 20 es ist schlimm alter es ist wirklich schlimm dass man nutzlose scheiße wirklich als wirkungsvoll anbieten kann ist absolut bodenlos sind schade dass wir keine gesetze dagegen haben darf nicht sein so eine scheiße meiner meinung nach sagen motto da ist da ist er hat drauf das ist aber ordentlich aber wirklich ich kann es gar nicht fassen dass ein kollege wirklich jemand gefragt hat der die sachen professionell verkauft ob das wird habe ich denn auch geschrieben junge musst du dazu den verkäufer von so einem mittel zu fragen ob das wirkte das ist genau dieselbe werbung die wir als kinder der 90er gesehen haben die wir als kinder jungsweise teens in den 90er gesehen haben nutella wertvolle bausteine gut für die entwicklung vitamine mineralien mega geil alter baller der nutella rauf es ist so gesund und so geil alter die die kamen ist schon scheiß direkt dagegen ja und die leute haben es damals geglaubt jetzt passiert dieselbe scheiße mit den sachen fokus ediger kenne so viele leute sind richtige tiere beim trainieren ohne hilfsmittel sieben jahre lang trainiert und maschine alter maschine aber dann haben die krassen muskulösen typen bei uns denn tatsächlich auch deals bekommen zu firmen als es schon muskulös waren und hatten bilder aber auch von damals wo sie lauch waren und dann haben die obwohl die das gar nicht bekommen haben durch das fokus pulver und was weiß ich nicht die ganze scheiße haben die denn im nachhinein werbung gemacht dafür und haben dann gesagt ja alter das wirkt richtig gut sieht man ja an mir das ist so dreist alter als erlaubt ist erlaubt darf man aber wer kennt es nicht lügen und betrügen hat sich nichts geändert in den ganzen jahren der noch schlimmer geworden also Oh, oh, oh. Ah, vielleicht sollte ich auch meine Kristalle verändern, Alter, und sollte die auf Leben machen. Wie sind das Prozent nach oben? Das kann ich noch mal analysieren. Oh, ich wollte ja gar nicht eigentlich alles machen. Ich bin doch schon wieder hier hängen geblieben, ey. Ach komm, ey, wie schnell sich das Drecksding mitgedreht hat gerade. Wir wurden getrennt, meine Freunde sind tot, alleine werde ich bald sterben. Ich bin doch auch nicht länger durch, Alter. Ja, weniger Flan hier, Hammerhart. Okay. Ach komm, ey, nicht noch mehr Action, ey. Ist das Ding noch am Leben überhaupt, der Mensch da? What? Ich glaube nicht. Ja, doch. Oh! Oh, wow, wow, wow. Wir gehen mal gucken, ob hier irgendwo ein Boss kommt oder so. Ne, schade. Gibt es nicht irgendwo eine Karte oder so? Ich habe gehört, soll es irgendein Ding geben, was Ding, 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 Ding macht, wo denn gezeigt wird, der Boss wird spawnen um die Zeit an dem Ort, Alter. Weiß nicht, irgendeine Hellkarte oder was weiß ich nicht, wie das heißt. Hellmap oder so? Ich weiß es nicht. Wo muss ich jetzt lang, ey? Oh, da muss ich lang. Ich bin schon wieder falsch gelaufen, ey, wie verpalt kann man sein? MacClanium, ja. Ui, endlich mal wieder was. Los. Oh, 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 oh. Oh nein, nein, digger. Untertitelung. BR 2018 Oh. Was? Da haben wir noch... Oh, ich sehe sogar... Oh, eine Quest ist sogar am Start. Ihr leuchtet nicht, ihr seid uninteressant. Bitte. Ich brauche Wasser. Ich bin erschöpft. Ich dachte, ich könnte es schaffen und Omats Festung sehen. Aber das muss ein Zeichen sein. Akarat will, dass ich umkehre. Möge Akarat euch führen und schützen. Hm. 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 Ui Aus dem Radius nie rausgekommen, oder? Studieren alle Ui Aus dem Radiusz Aus dem Radiusz Mist, mein Kloß ist weg. Daneben, daneben. Ui. Schötet alle Gegner, aber 13 verbleiben. Hä? Hä? Einer verbleibt. Hä? 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 einfrieren und jetzt bonus damage ja schon mal weg nein nicht oh das ist gut so finden wir das geil so finden wir das geil ich gebe dir einen kleinen bonus oder so was immerhin trübe kristalle wo da ist der boss der nächste sehr gut löser der untoten der haus als ob der mehr fabrizieren würde als erlöst werden durch ihn auch seine jetzt der dritte wird gott sei dank angezeigt das ist ein intenser da Okay. Tür ist versiegelt. Ups, das ist schwer. Okay, das ist doch nicht so schwer, wie der aussah. Junge, was da immer finden. Schaden. Da muss noch ein Erlöser sein. Wenn nicht hier gegenüber. Boom, Digi. Da haben wir ihn. So, dann werden wir jetzt gleich... Okay, wir brauchen gar nichts mehr. Hörte meine getorenen Diener. Berichte eurer Taten haben die Herzen der Gläubigen berührt. Unsere Feinde in Kitschistan griffen euch mit Lügen wie Klingen an. Doch eure Hingabe blieb unerschütterlich. Nun ist Friede in diesem von Gewalt und Unheil heimgesuchten Land eingekehrt. Es ist mir eine Ehre, euch für euren selbstlosen und heiligen Triumph im Licht heilig zu sprechen. Ihr seid von allen Taten losgesprochen, die nötig waren, um den Glauben zu schützen und den Unwissenden weit sein zu bringen. Von nun an lauten eure Namen Sankt Omad, Sankt Ania und Sankt Zerubus. Bis in alle Ewigkeit werdet ihr als Leuchtfeuer der Zackerung erstrahlen. Gegan Sankagor. Bis in alle Auswirkungen zu sehen. Warum können wir den Gäubige bitten? Bist du hier aus? Wie kann ich das aus? Was bin ich? Was bin ich im? Das gilt für ein, weil ich von mir leid. ja das war es mit der instanz drei stunden acht ich habe noch drei stunden vor mir knapp schrott schrott als gerade hier noch verticken weil ich habe gesehen kohle ist richtig jetzt noch arbeit sind meine vier paragon punkte da auch richtig Das ist das schwierigste zu erreichen. Definitiv das da hinten. Das ist das schwierigste zu erreichen. Das ist ein paar Kuh, Alter. Das ist ein paar Kuh, Alter. Ja, er sieht... Hey, nicht einnicken! Der Turm kam eigentlich von unten. Ups. Alter, die sind da hier und essen Suppe hier in dem Ding. Er hat gar kein Damage bekommen und ist trotzdem gestorben. Schade, Alter. Ich hab gedacht, ich kann dich irgendwie verhindern. Okay. 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 What? Tendlich. Okay. 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 Thanks for this episode. Okay. Da geht's mir. Okay. Bye. Untertitelung. BR 2018 Alter Alter Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist so ein krasser Scheiß, so eng dieser kleine Raum hier Oops Ja, da Ja Ja, das ist so ein krasser Scheiß, so eine Krasser hätte ich schnell rüber darf dir ja Das war's für heute. Hochsicherheitsschlüssel. Hier ist der Boss. Irgendwo auf der rechten Seite. Hier bin ich mir ganz sicher. Hier hinter diesem Tor. Boah, nicht. Boah. 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 Wart am Start. Fertig. 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 Siehten. Scheiße, ey. Gar nicht. Sogar einen neuen Skin. Umschau's. Meteor braucht keine Sau. Jesus Wildheit braucht auch nicht. Und als nächstes. Ah, perfekt. Noch mehr Damage. So. Ich muss auseinandergebaut. Kann man nix machen. Kann man nix machen. Wir gehen aber trotzdem ins Portal jetzt rein. Und werden doch noch die Port-Gegenstände mitnehmen. Einfach weil es halt mehrere sind. Und du bring den doch noch. Und du bring den doch noch. Wertschätzung. Mh, mh, mh. Ich jetzt schafft. Okay. Instanz. Die ist nicht fertig, die Instanz. Hä? Was ist das denn? Die ist nicht fertig. Oh, da ist ja noch ein Typ am Start. Tötet Blat. Das ist ja noch immer die Quest. Die hab ich gar nicht gesehen. Ich hab gedacht, das war's schon. Oh, krass. So, das ist er, Alter. Das ist er. Easy. Oh, ja, den machen wir jetzt schnell kalt. Der Bote ist gefährlich. Aber. Jetzt gehen wir auch noch mal kurz nach unten, ey. Müssen wir mal schauen. Wenn der schon aufgedeckt ist, vielleicht ist da noch so ein dicker Elite irgendwie. Wer da mir zeigen will, was für geile Kristalle er hat oder so. Jawohl, da haben wir einen. Gehen die heute noch down? Das wäre ja sehr schön. Das muss ich nicht machen. Gucken, was wir hier haben. Eigentlich auch unwichtig, aber nehmen wir es mit. Weil, wie gesagt, die Gegenstände sind wichtig. Ach, mach ich erst mal eine kleine Pause. Und dann ding, 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 ding. Drei Typen, Alter. Keiner lässt sich stun von denen. Was ist das hier, Alter? Ob der Inquisitor, der macht irgendwie am meisten Stress. Und der andere kleine Scheiße. Wo ist der so hartnäckig? Der ist ja schon wieder am Start. Ne, der ist nicht mehr am Start. Was ist denn das? Ah, ich habe die getötet. Habe gar nicht gemerkt, dass ich die weggeballert habe. Hm, jetzt habe ich aber geschafft. Jetzt ist die ganz fein, Alter. Ja, sicher nicht mehr. Wie sieht es jetzt aus? 450 von 600. Gehen wir gucken in der Ecke. Da ist das Häkchen am Start. Fertig. So, das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Fahne weg. Die geht auf die Eier. Oh, das Ding geht mir da am Arsch auch auf die Eier. Das Ding geht mir da am Arsch auch auf die Eier. Vorletzte. Dann habe ich wirklich alles durch. Ich glaube, morgen, spätestens übermorgen, sind sämtliche Instanzen durchgezockt worden. Indistenz ein. Indistenz ein. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch von Starfield das passende Headset von der Fortsetzung von dem hier. Also. Nice, ne? Vielen Dank. Also selbstgemachte Cola habe ich am Start und ein Monte Milch wird geschluckt jetzt. Und die Milch. Die beste, die ich auch noch diesen Mischmasch, aber den finde ich, man kann die natürlich essen, ist ja klar, aber der Hammer, alter. Milchcreme ist amazing. Okay. 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 in der instanzen erst offensiv schau mal was ist im stream wusste gar nicht alter das ist ja stalking stalking digga das ist verboten ist illegal etwas ja auch gegen ist illegal hast du musst wird gemeint so zocken gemeinsam zu zocken also hier los ein bisschen wach oder was ich glaube mir hat die frisöre in den kopf verdreht aber heute sowieso peinlich zur frisörin zu gehen mein bester freund war da am start wir waren da gemeinsam aber letztes mal als er den termin gemacht hat vor ungefähr vier tagen hat er gesagt er hat von ihnen in den höchsten tönen geschwärmt er hat gar nicht mehr aufgehört von ihnen zu reden und sie hat sich darüber sehr gefreut meint sie wie peinlich etwa heute dahin zu gehen alter amma hat die ja die ist sehr sehr niedlich muss man schon sagen dass eine super frisörin alter muss ich bin so jemand ich rede nicht alter na wenn da was an meinen haaren gemacht wird dann habe ich gesagt bin ich bald im delirium ich komme dann fast weg also da geht denn gar nichts mehr wird davon müde ansonsten gehen wir nachher wieder durch so eine instanz wo wir mit dem siegel die ein bisschen hoch machen machen allerdings denke ich mal stufe sechs weil da haben wir denke ich keine probleme weil ich denke eigentlich konntest du ja auch schon das höhere machen nur das war dasselbe problem wie bei mir wenn ich albtraum mache den damage da rein kommt es zu hoch der damage da raus geht ist eigentlich okay aber der damage da rein kommt es einfach viel zu hoch und deswegen bist ja auch letztendlich verreckt aber du hast trotzdem ordentlich bums gemacht ups ausrechnet der klopps als kloppshausen macht ihr damage dann muss ich noch zeitig den recken kommen auch diese drecks fliegen das sind so eine turbo fliegen auch lecker hoch sagt auch lecker hoch sagt auch nichts und hier guckte das an 12 gold das ist so eine belästigung also verarschung darunter auch klopft sie junge fahr mir doch nicht in die parade dinge aber fällt der denn ein schmutz die Los! da ist ja nur einer denn geht nicht das ist eine gute kiste hier muss ich sagen gute kiste hilfe hilfe die harschke merleine Verderbte Grotte. Ich kenne so manche Frau, Alter. Da passt wirklich. Der Begriff Verderbte Grotte ist sehr gut. Muss ich irgendwie so sagen. Aber jetzt reicht es mir, Alter. Komm her, Sukubus. Da habe ich Ruhe. Ruhe konzentrieren auf die dicke Dinge. Ach, holt der noch mal was raus, oder wie? Hallo! Hallo! Ups, die Chill-Pause. Daran erinnert mich natürlich niemand. Weil der ganze Stream der Chill ist, oder was? Ups, Arschkarte. Decken. Ist ebenfalls illegal. Nix da. Lass mich schon ruhig. Müsst du Verderbnis wegballern. Konzentration, habe ich gesagt, Digi. Okay. 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 Das war's für heute. freie slots ok yo easy so liebe ich das so liebe ich das guck dir das an so muss das sein alter fertig und ich habe sie schafft mit nahe noch nicht mal vollen tüte geil awesome das ist genauso awesome wertvolles solange tieffrieren aktiv ist stellt ihr pro sekunde ich glaube das hatte ich schon am start ok pulen wir raus aus sicherheitsgründen ich habe mehr als nur tantreisende das wollt ihr nicht so da tun wir auch fanboy fanboy äh farmboy dieser räudige fragmatei der kackendreist fanboy gemacht hat aus farmboy und jetzt rutscht mir tatsächlich der begriff frau bodenlos bodenlos der fanboy können wir ein diablo key schicken der will unbedingt das ein spiel fanboy hat das gerade gehört sehr gut noch intakt ist nicht keyboy master of keys so ich bin auf 480 keyjistan heißt es keyjistan ich nenne die keyjistan egal wie das jetzt heißt ich brauche noch das wo die kiste am start ist alter das da einmal hier eine seite sich dahin ist das nervig alter ist das nervig ich will die voll haben die karte ich will die voll haben ich will heute noch meine fucking 600 punkte haben ich habe gesehen du hast vorhin mit einem neuen Char gezockt oder so irgendwas mit level 10 digga 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 easy easy hat man gar nicht hat damit bekommen 13.000 und es hat mich der barbar geht ab wie luci hat er gerade gesagt hast du die dreh ding war shisha bar zerstören lutz alter es mit lutz erst zum teufel ist lustiger wenn das jetzt nur stolz monat member drin oder wie die heißen lustiger ich lutz mag sexy leggings an tollen frauen ich trage selbst leggings auch nicht euer fucking ernst doch nicht euer fucking ernst da geht nicht rein da geht definitiv nicht rein wo muss ich hier lang bomboi ist näher am stizzle kommt verspätet in die uni wahrscheinlich ich laufe einfach durch mache ich versuche durchzulaufen so gut wie geht die animus punkte kommen nur durch besondere gegner nicht durch diese arschkrampfen hier wohl wenn die hexen hier kalt gemacht werden dann droppen die wenigstens leder alter auch weil der ein crystal am start hat oder sonst irgendwas gerade in dem fall ja da ist ein dicker ja man gleich der nächste boss aber farm boy blitzt wahrscheinlich hinterher und kommt gar nicht hinterher mit dem blitzen dein blitz ist weg okay wo sind wir jetzt 18 millionen was 20 auf liebe klopptiger es ist 08 15 entlassig nächste boss am start dicke moppelkotze vergiftete moppelkotze mit moppelkotze bruder alles am stizzle in mein stein schnauze voll der stecher ist gedroppt diggi 0276 dolch und jetzt was ist los mummelboy was am start was am start moppelkotze sein kollege schon wieder ups noch mehr kurze wobble wabbelbrech alter zurück und linke seite ist ja komisch ups wir haben hier was vergessen alter hier ist so ein animus ding es muss auf der rechten seite sein so wie ich sehe rückzug mikrofon mutet damit er keine kreislauf bekommt was wusste ich auch mc moppelkotze in der hood diggi und wieder mir halt vorbeigekotzt alter saurei fuck fertig easy und rechts und links durch die barriere durch und rechts und links durch die barriere durch für mich ist ein haufen am start kreislauf kreislauf Silid oh shittig wird heavy up gank und hat amethyst getroppt mehr muss man hier nicht machen so vier hast die kotze in ruhe und touch it so irgendwie verbuggt gerade aber sehr angenehm wenn er sich nicht bewegt deutsch gedroppt legt er gut bros geht der macht auch nix der bleibt auch einfach stehen wartet ab zombie vernichter bockelnde schreckliche habe ich jetzt bekommen die stadt geschlossen ist hätte ich nicht gedacht zugang erhalten zu können einen eingang außerhalb der stadt zu finden war schwierig aber zum glück hat sich mein durchhalte vermogen ausgezahlt und dank einer großzügigen spende an diese eisenwölfe kann ich meine reise fortsetzen hat erwähnt dass dieser ort von ungeziefer gefallen ist morgen werde ich mir ansehen dass die zeit mit diesem ort gemacht ja Das war's. Er rennt zu dir, lol. Ich glaube, dass der zu mir kommt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Cool, Inventars noch nicht mal voll geworden. Nice, waren vier freie Slots noch. Das Dienstans wahrscheinlich auch noch nicht fertig war. Das war's. 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 Und. Das war's. 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 Was. Fast eine krasse Kettenreaktion. der brennt ja alter hat eine kajoke am start gehabt so viel dragon ball geguckt das sieht ja geil aus jetzt ob wir die hölle betreten groß seit der dauer apropos happy hour ist irgendwo ein boss in sicht kurz gucken auf die karte nichts boss mäßiges am städtel rabstätte der verleugneten ja 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 eigentlich immer nur den glänzenden gegner killen und dann eigentlich rausgehen es sei denn wir haben einen so penetriert dass man hofft dass da ein hp bei den dingen ist da oben hier ist action der biauer alter wichtig durch rennen hoch verbindung geil los ja man hat boss damit geröstet und Oei oei oei. Ritt mal auf die Tür für meinen Seelenfrieden. Ongerlili greift an Uri-lili-lili-di-di-di. Wo ist die Uri-lili-bili? Ach hier ist das hier, das ist die Dämonenfrau digga. Ja. 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 Oha Hier ist Stunt, was drauf begann er Aber nur fast Ups, dann hin, Alter Nach oben Fertig? Ja Bin oder draußen? Da sind drin Wollt ein Abenteuer, nix ist leider Der schockende Pfähler Max, guys, from the noise Doing nothing Bindest du nur deine Flinte Flintenboy, Alter Bodenlos, Digga Mir einen reinziehen, wenn ihr von wegen Du spielst doch das Game Roll of Duty Das ist doch du, Digga Und dann zockt er auf Als ob es keinen Mogen gibt Einfach Bodenlos, Digga Das ist das Helden-Dings, Alter Ohja, das Helden-Dings, Alter Geniet Komm da nicht hin, Digga So Wo ist der Pimperschmutz muss weg Der Schamane des Blutes ist schon gut Der Schamane ist weg Auch schamanisiert, Digga Auch schamanisiert, Digga Oh, nein Oh, diese Fliegen, ey Die Junge, nerv doch nicht fliegen Da muss ich mit Klatsch gehen Klatsch gehen, Alter Ach, Digga Jetzt rückel ich an der Mülltonne rum Die explodiert, weil ich gedacht hab Das ist ein HP-Behälter, weil ich grad total verpeilt war Ich klick da noch drauf, ey Ich denke, wo ist mein Heal Boom, kriegt der Mensch Mh, nein, Alter Verpeilt durch die Nacht Oh, hier ist sogar ein Mensch, der sagt Hilfe Och, nee Da verwandelt sich ein 66er-Eis-Clan-Schmutz wie Sonnander Marodeur des Eisklans Mikrofon mutiert Sag mal, was bringst du denn hier für Gelumpe an, Digga Was ist das denn? Was ist denn falsch mit dir, Digga? Wir müssen die Dämonische Verdammnis Wir brauchen Sam und Dean Winchester für dieses Problem need more damage der werter alter was denn das für ne brühe alter nicht gut die brühe ist nicht gut du dafür dragon balls um dich herum in der deine sieben dragon balls und deine wünsche werden wahr kennt ihr das geheimnis der dragon balls in denen steckt die zauberkarte und guck du bist uns ordentlich schon wieder hier mal die dreckigen fliegen am start alter die slow mo fliegen nennt man sie auch die slow mo fliegen oder sitz rücken nicht mich stören hier knarrt knarrt blut puls so hat der namen wie irgend so ein engländer oder so hat das gewesen englischer dämon oder so haben sie was in tee gemischt deswegen ist er so gewonnen holy crap hat das nicht gott sei dank nur normales viel gut das wäre eventuell ganz assig gewesen ups das ist ekelhaft das ist nervig ohne ende oh geil jetzt müssen wir die down bekommen ja nein die gar ja man geil legendäres das ist so Ah, schauen wir mal. Ja, sicher, ich nehme es. Schauen wir da. Der Ring, Kugelblitz. Ups, habe ich verkauft. Ach, egal. Das nächste Mal kommt bestimmt. So. Damit haben wir 19,5 Millionen. Damit habe ich alles wieder reingeholt, was ich denn da verskillt habe. Ich habe eine Million weggeballert, zweimal fast 500.000. Hui, 45 von 600. Oh, baby. Wo ist das nächste, was hier offen ist? Wo ist die nächste? Wo ist das Gästchen? Hm, das gilt auch noch. Das da gilt auch noch. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Oh, es sind zwei Stück sogar. Drei Stück sind hier in dem Areal oben. Hallo. Hallo. Bei vier Stunden, 24. Oh, man. Muss mal meine CDs durchsuchen, alter. Ich glaube, ich habe sogar noch die Original-CD. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Power man. Nee, Mega man. D-d-d-d-d-d-d. Bomber oder so ähnlich. Geiles Lied. Ach. ganz Kinder-CDs noch am Stizzle ich habe eine ganz Sailor Moon CD am Start mega Junge muss ich mal einmal hier Streamern machen und die Mucke abspielen Aufnahme natürlich unterbinden dass die nicht mitgeschnitten werden kann beziehungsweise dass kein Wort der dabei entsteht oder wie das heißt die Kastigy die kackmücken die mücke hat mich gesloat vollkommen wurscht die alter gehirn auf zwei weinen blutstein zurück ich glaube ich habe blutstein hier tausend fliegen ich muss sogar meinen stein benutzen weil ich sonst draufgehe fix am start was sind das hier ist ein boss immer fix heißt der immer fix her immer fix it's time fix is real diggy da hinten ist fixie fixie freeze fixie 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 is down müssen wir das wendchen machen ne müssen wir hier weg weg da stein zurück jetzt noch weiß wo wir hin müssen alter wo ist das mit den steinchen alter naja vielleicht entdecke ich einen zweiten stein dann kannst du ihn automatisch nehmen oh 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 pass auf fährt hier explodiert double explosion wo ist jetzt der Kiki, Alter. Ich habe mit mir jetzt schneller laufen können, das ist natürlich halt der Vorteil, wenn man den Ding getrattert. Oh, diese Mücken, Junge. Schmutz. Wer echt die Mühe macht und den Schmutz killt, einfach bodenlos. Ist hier noch immer, oder? Ich sehe schon, da ist wieder so ein Klopsi hier. Ne mutierte, Alter. Dachte so wie das. Ich habe sie gefunden, ich habe sie gefunden, glaube ich. Oder es ist ein Event. Alter, ist das krass. Junge, das hat mir ein Level-Dings da gegeben, so ein Paragon-Punkt gerade, weil das so hart hier abgeht. Was ist das, Junge? Heavy Shit. Wo ist unsere heilige Kiste, Alter? Geht's ab, Belohnung. Keine Belohnung? Was ist wenig, wenn ich die Leere bekomme, zumindest. Schaden gegen folgende, gegen unterkühlte. Was nehme ich da am Effektiv? Ja, das macht am meisten Sinn, Alter. Intelligenz. Wo müssen wir jetzt lang? Wahrscheinlich da hin. Oh, ich konnte ein Ding ablegen gerade hier. Heißlektieres. Weiter hatten wir nicht gefunden, wahr? Schade. Kann das hier wohl sein. Ecke hier. Uiuiuiuiuiuiui. Schreien der Verbindung. Oh mein Gott, das ist eine Falle gewesen. Bodenlos. GZ. Wir haben gerade ein Level-Up bekommen, wenn ich mich nicht irre. Level-Up. Drei von fünf, Alter. Alter. Hier kommt gar nichts, Alter. Der spawnt gar nichts. Ihr siegt fünf Wellen. Wir sind bei drei von fünf und das spawnt nichts. Ey, was ein Fail. 2 ist am Start und jetzt habe ich das Ding bekommen. Äh, das ist so bodenlos. Einfach nur verarscht ist das, ey. Woah. Geh. Wache. wieder die fliegen junge man jetzt gar nichts dann bitte der boss der fucking blutstein junge blutstein gefunden dann am start renn weg 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 dann hole ich mir vielleicht noch ein glas cola oder stream dieser geile sirup geiler sirup hier sind 123 hier sind quests alter hier sind quests holy shit hier sind quests alter drei millionen holi ja uiuiui nirg hihihi wirst du so mit der kohle gemacht alter Ja, ja, ich bin... Ich... Ich... vergebe es mir. Unser Brunnen gehört jetzt den Fliegen. Ich habe versucht, sie zu vertrauen. Aber ich bin nicht für derartige Arbeit geschaffen. Bitte. Könnt ihr unseren Brunnen läutern? Kommt danach zur Kapelle. Akkarrat wird es euch vergelten. Natürlich läuter ich deinen Brunnen. Gerne. Ja. Dann wollen wir mal ihren Brunnen läutern. Bist du bereit, Digi? Hier ist was rotet. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich hau einfach mal drauf. Wenn mir irgendwas rotet auf der Karte angezeigt. Wahrscheinlich, weil hier die Dragon Ball spawnen, wenn man die killt. Eins von 25 Dragon Balls. Acht. Dritt ist der Brunnen. Sieht aber nimmerfeucht aus. Führt das Ritual durch. Eiger Nessie. Eiger Nessie. Ach, da muss da unten auch noch das Fliegennest geben, ah lol. Da auch, das war's, nehmen wir noch das eigenes in der Nähe mit, wenn das hier so am Start ist, sind hier vielleicht noch irgendwelche Bossviecher am Stizzle oder sowas, ich glaube nicht. Ah, das ist wieder das kleine Geisterdinge, so ein Geisterkind am Stizzle. Benötige ich dir meine Hilfe? Eine umfassende Dunkelheit. Warum ist Mutter gegangen? Ich will nicht alleine sein. 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 Ich muss im Umkreis bleiben, sonst Arschkarte. Arschkarte. Ich will nicht alleine sein. Oh oh, diese scheiß Fliegen machen mir zu viel Stress. Ich will nicht alleine sein. Weinten. Oh, endlich mal wieder was hochwertiges. Dragon Balls einsammeln. Oh, die anderen Dragon Balls haben sich aufgelöst. Ne, die sind hier. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Noch mehr Dragon Balls. 99 von 100. Alter, komm. 100 von 100. 8 von 25. Das sind wiederholbare Quests übrigens. Die kommen immer wieder hier mit diesen, mit diesen Einsammeln, wegen dem Baum, wenn ich mir nicht irre. Bin mir aber nicht zu 100% sicher gerade. Und da, wo die ganzen Quests sind, da ist sogar, da wo man die abgibt, ist sogar eine neue Quest am Start. Das war ein Häuschen am Stillen. Eine Kirche. Nassla, ihr müsst euch ausrufen. Die Kranken brauchen Pflege. Und sauberes Wasser. Gesegnet sei Akkarats heiliger Name. Er hat euch zu unserer Rettung geschickt. Nehmt dies mit unserem Segen. Nassla, wir können es uns nicht leisten. Möge es euch auf eurem Weg helfen. Komm. Robolus sind die. So, ich habe wieder so eine heilige mutierte Kiwi bekommen. Mit Tieffrieren. Ja. Sie tranken Wasser, das von einer Art Fäulnis besudelt war. Vermutlich eine verlorene Kreatur, die im Brunnen ertrunken ist. Ah. Nun, ja schon. Es gibt da ein heiliges Zakarum-Relikt in unseren Kuften. Ich habe von einem Dieb gehört, der es sich in seine Sammlung holen will. Das Relikt ist ein Symbol, wisst ihr? Es wird benutzt, um unsere Totengebühren zur Ruhe zu betten. Es steht für das Licht, das ewig in uns allen leuchtet. Es ist uns allen eine Flamme der Hoffnung. Ich... Verzeiht. Es ist recht wichtig. Wenn ihr uns das heilige Symbol zurückbringen würdet, stünden wir in eurer Schuld. Nicht nur, weil ihr es den Händen eines Diebes entreißt, sondern auch, weil ihr unseren Kranken etwas Trost spendet. Möge das Licht euch den Weg weisen. Okay. Und das ist gleich auch noch eine Instanz, die du und ich wahrscheinlich nicht haben, was natürlich noch geiler ist. Ups, bloß noch eine Quest. Ja, ja. Rein damit, endlich Quest, Junge. Tut mir leid, ich kann dieses Fleisch nicht essen. Wenn ich es sehe, muss ich... Schon gut, Karl. Ich verstehe. Ich besorbe euch, etwas anderes zu essen. Egal, was für ein Fleisch, ey. Wenn das auf dem Grill war, ist alles Safety. Diggi. Mark hat gesagt, sie soll laufen und nicht zurückziehen. Warum ist sie nicht gelaufen? Ich verstehe nicht, wieso sie abgegriffen haben. Wir haben nichts Falsches getan. Ja, das Spiel ist so ein schmutziger Alter, das kannst du keine Ahnung tun. The Call of Duty. The Call of Bugs, Alter, Schürste. The Call of Fuck Bugs. Ein schmutziges Dirty Game, ey. Mikrofon Muted. Sie können sonst nirgendwo hin. Ist das immer noch so räulich jetzt, ne? Jetzt kannst du keinem erzählen, welche Hinterhof-Glitsche das entwickelt hat. Aber die Unwahl haben sie trotzdem gefunden. Auch andere Reisende sind in Gefahr. Was ist denn da los? Ist das am Wichsen oder warum ist der Mute? Wenn ihr ihre Zahl verringert könnt, gebe ich euch einen Anteil von unseren Mikrofon-Aufgaben. Das ist Storyline, da sind die Storyline rein, jeder rein. Was für die Storyline? Nein, das Game ist doch durch angeblich. Nein, Junge, das sind hochqualitative Nebenquests, Alter. Manche sind so lang und komplex, die Nebenquests, dass andere ein Game draus machen, Mann. Wo denn los, Junge? Diablo, Alter. Beste Game... Nur das ist purer Neid, Alter. Pura Neid. Nee, nee. Da haben wir dich nicht enttäuschen. Ja. Ja. Dog shit ist da. Dog water. Bei der... Biggest Dog water ever. Die sind so alle geflasht, weil es nichts anderes gibt. Das ist der einzige Grund. Mal rumlaufen, ey. Oh mein, oh mein, oh mein. Die Gruft der Heilige. Vielleicht kommt der Paar. Vielleicht kommt der Paar. Vielleicht kommt der jetzt mit? Nicht? Ich... Ich muss stehen und warte bei einem kurzen... die ganze Zeit umsonst hier. Spreys today. Ja, schweb. Horror. Ups, ist ja schon da. Gerade noch am Auge gerieben. Schwupps. Das waren bei einem Still. Schön taktisch an den Kackfliegen vorbeigelaufen. Und ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ui, 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 ui. Ups, die haben Shield am Start. Holy crap. Richtig stabil, Alter. Oh, Truhe. Aber siehst du die Truhen? Hiiii. Truhenfarm, sind los. Farmbollfarm, keine Truhen, Alter. Ownless. Scheiße, hier ist der so'n... Hilft mir Ding, Alter. Alleine werde ich bald sterben. Jetzt geht's ab. Hoffentlich ist der Bonus-Safe, weil wir die Protecten hart. Oh mein Gott, wir müssen glaube ich den Gegner killen. Ach du Scheiße, Alter. Der Gegner ist hinter der verschlossenen Tür. Deswegen geht es nicht weiter. Wir haben null von fünf Wellen. Und die Welle geht nicht weiter, weil der Gegner hinter der verschlossenen Tür ist. Ich kann nicht mehr, Alter. Wir können aber nicht attackieren. So durch die Tür durch, glaube ich. Doch, es hat funktioniert. Ich konnte ihn durch die Tür durch... Ey, Junge. Geil. Guck dir das an. Eins von fünf Wellen, ey. Das kannst du keinem sagen. Ich... Ich kann nicht... Da fällt mir... Ne... 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 Das habe ich ja noch nie erlebt, Alter. Dass der Gegner von der Quest hinter der verschlossenen Tür kein rumgibt, ey. Das ist... Also, ne... Das war... Revolution! Revolution! Gimme dat, gimme dat, gimme dat Body Lotion! Come on! So, um mich abzureagieren, hier kurz raufhauen. Ne, so. Dass da was geiles ist. Ich habe was gefunden. Ja! Oh, ne! Fliegen! Der versenkte Stechler. Ah, ne. Ist klar. Das hört sich ja irgendwie an. Der versenkte Stechler. Mhm. Mhm. So, ich habe gekurbelt. Voll. War jetzt hart gekurbelt, deshalb gewonnen, ne? Uh, hier ist noch irgendwas, Alter. Das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Was war die Quest? Stimmt! Christ! Was war die Quest? Das ist alleine... ... Zrovitt! Wohin. kann man geben bringen da was schlechter aussieht als der erste teil grafisch auf maximal mache habe ich jetzt wieder gemacht scheiß auf die frames wenn ich zocke alter dann sieht das game ja wirklich wie gesagt hübsch aus ne der reflektion ach so ich habe mich stück gemutet alter im speak und habe vergessen egal dreckige fliege schmutzstrecke weiter rennen jetzt hier geht es weiter ich bin da aktiviert das kräftig kräftig das game hat so gutes audio mann boah macht dieses passspiel einfach was ein du hörst jemanden erst wenn er mit einem fallschirm ankommt wenn er schon neben dir steht Ja, ist nicht erst seit gestern, ne? Boah, Junge, was ist das für eine Jauche, Alter? Boah, krank, ey. Nie wieder einen Cent für diese dreckige Wichs-Schlitsche. Ziere mich davon. Ich finde das Game gut. All-Duty. Ah, jeder hat halt einen anderen Geschmack. Und der Ton-Bot tatsächlich damals besser in der Demo. In der Beta-Version. Ganz klar sagen, da konnte man exakt hören, von wo was kommt. That was amazing! Nice G. Juhu. Oh! Yeah! Oh! 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit! Don't多少 ich bin? Du bist letztendlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, verdammt du mich? Oh Gott. Oh Gott. dämonen kiste bei mir hat eine unverschämtheit direkte aussprechen für die maximal coolness vom einen counter in die nächste die ja jetzt ist aber jetzt weiß aber da war schluss mit lustig ich habe was gift am start gift am start die aufpassen it's dangerous bro it's dangerous protect you bro protect you mal looten damit ich besser gucken kann hier looten ist wichtig und richtig weil ich bin der lootminister warten also wenn du das jetzt immer verkaufst du dann muss doch ordentlich dann hast du mal hier deine dritte million am start eine vierte fünfte easy ich hab gar nicht geguckt mein panel wie sieht es aus 20,4 halb das ist nicht das einzige was bei dir hängt bruder das ist die skill detection weil du so scheiße bist und nichts getroffen hast anwendung reagiert nicht mehr game steamship extra ja 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 das macht das so aus wo ich installier das aber ich hab keinen nerv mehr was für eine wix-echse egal was ist mit dem schmutzprodukt das kannst du nicht erzählen das kannst du nicht erzählen ich noch ein dritter und dann Crash das Gamebag Trash Minis Geistervermischte Ghost Destroyer Prachsichtige Spuckgestalti Boah Ich bin so voll Gefahr Und ich liebe es Achso, wir müssen jetzt nach oben, wa? Äh, 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 äh Besiegt Auferstandene Bösartigkeit Da steht Besiegt die Auferstandene Okay, der kann nicht Gefreezt werden, zumindestens nicht Auf normalem Weg Und dann nur durch das Was in der Waffe drin ist Ah, Digga Come on, das schaffen wir, Junge Alles rein, alles rein Feil Etwa sauber Ups Ne, lieber vor die Instanz So, damit ist das Gebiet Auch gesäubert Aber wir können ja mal gucken Ob da doch noch was ist Kann man das auch noch mitnehmen Vier Paragon-Punkte Stimmt, die Zwiebig mir jetzt rein, weil Weil mehr Damage ist Mehr Damage, Digi, ne? So, Analyse, Digi Analyse Wir gehen dafür Wieder so Oder so Dann gehen wir so Willenskraft Dann gegen Ah, schade, dass das nicht dafür gereicht hat Alter, das wäre super, alter Das wäre super Heutz und quer hoch Boing Digi It's time, alter So Oh, Quest abgeben Hier vorne Komm ich da hinten? Zeigen wir zuerst Beim Licht? Beim Licht? Ah Zugegebenermaßen Hatte ich wenig Hoffnung Dass Ähm Wir stehen wahrlich In eurer Schuld Das wird unseren Volk Trost spenden Möge das Licht euch leiden Also der hat mich runtergesteckt Und damit gerechnet, dass ich darauf gehe Das ist ja nice, der Dude Ein einziger drüber Kristall Na, oh, Digi Über Übertreibt man nicht hier Mit der totalen Awesomeness, ey Schlechter des Nordens So, jetzt gehe ich mir noch diese Quest da holen Bevor ich die verteile, alter Weil sonst, ähm Dann vergesse ich die nachher Und such die denn Wie bekloppt Kriegen Also wenn man eine Quest schon hat Dann annehmen Aber auch so schnell Möglich machen Gibt's gerade ein Event, was wir machen Wir hauen Glocken weg, so wie das aussieht Glocken die Glockenspiel ist down Gut, kommt der schon wieder Geht der schnell 2 von 6 Glocken, ey Uiuiui Uiuiui Die Glocke macht sogar ein bisschen Wasser, alter Gibt's Water 4 von 6 Glocken Oh, da ist die Glocke Hier oben links Greift der Bruder auch ein bisschen an Ja, nein Oh, 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 fast drauf gegangen, ey Gott sei Dank Ich bin jetzt wieder schön voll auf 100% durchsitzschutzschild Uiuiuiuiui Wo ist die Quest hin? Scheiße, der Quest Ding ist weg, alter Hier war eine Quest auf der Karte Die ist verschwunden Und mein Haken ist auch verschwunden Was ist das, alter? Hier blinkelt irgendwann auf der Karte, Digi Ich hab die Quest wieder gefunden Die ist direkt bei mir Weiß nicht, ob da auch eine Quest für dich ist Aber direkt bei meinem Punkt Ich mach da einen Nagel hin, falls sich das interessiert Da ist die Quest gewesen Vielleicht ist ja da auch eine Quest für dich Weiß ich nicht »Du, duh, duh, duh« Das war's für heute. Was springt denn hier für ein Jezokse rüber? Mal hart. Zum Teufel, ey. Sehe ich aus wie so ein Raid-Boss oder was, Alter? Bleibt mal schön da, wo ihr hingehört. Was zum Teufel ist das denn, Alter? Mir geht gerade mein... Gerade ist mein Battle.net in den Vordergrund gekommen, Alter. Einfach so Battle.net über meinem Spiel gerade. Ich denke, was ist jetzt los? Mal mit Kaluzinationen oder was? Ist da am Start, da war ein Treter drin. Was ist denn das Wort? Geile Treter. Oh, ich wurde gestunnt. Oh, wie ich die hasse. Stimmt, die waren schlimme Gegner, die Zerfetzer, Alter. All die Distanzen, wenn die in Horden kommen, kann es sein, dass du blitzeschnell tot bist. Leichte Sonnenenergie. Ich kriege immer ganz leichte, kleine, oberflächliche Pickelchen. Nein, der Schlechter ist am Start. Der Farmboy, beweg dein Arsch hier. Der Schlechter ist am Start. Farmboy. Farmboy, Junge. Mein Schlechter ist am Start. Junge. Junge. Mach'n Beam, Diggi. Mach'n Beam. Mach'n die Scheiße da weg. Geh' down. Ah. Oh, Baby. Er tut nichts mehr. Oh, mein Gott, ey. Oh, er war so schön irgendwie. Vielleicht kann man in ihm drin sitzen oder so, Alter. Dann dreht er sich schon endlich. Diese scheiß Schabrackenvieh, Alter. Boah, Alter, was das tun für ne Agro, ey. Junge, ich mach'n doch viel mehr Man-Damage, glaube ich, wie du, ey. Und der, der konzentriert sich permanent auf dich. What the fuck? AP ist gedroppt, Alter. Schnell einsammeln. Hey, der Dreckspiecher, Junge, ey. Alter, ist das wie stabil, stabil, Alter. Wie stabil, wie stabil. Stabilität. Emotion. Oh, ja, er taumelt. Mach'n die Scheiße kaputt, Junge. Mach'n die Scheiße kaputt. Ja, nee, nee. Oh, HP, Alter. Hier ist HP gedroppt. Yes. Oh. Oh, der hat irgendwas gemacht, um sich zu pimpen. Diese dumme Drecksau. Ich glaube, du kriegst ein Achievement, wenn du das dumme Vieh wegprügelst. Oh. Verreckt mir nicht, Digi. Verreckt mir nicht. Alter, wieso hast du denn? Hast du irgendwie Agro-Sachen in deinem Char drin? In der Waffe, oder? Was ist das, Alter? Oh, oh, jetzt hab ich die Kacke am Start. Nein. Junge, noch. Nein. Junge. Jetzt rein, Alter. Jetzt rein mit der Scheiße. Come on, die. Come on. Mach'n Fick hier. Alter. Das war heavy. Das war heavy. Das war heavy, ey. Bis jetzt viermal den Schlechter in über 100 Stunden Playtime. Und jedes Mal die sie direkt saukalt gemacht. Dreimal alleine kalt gemacht und einmal mit dir. Das Problem war, bei den anderen dreimal war irgendein Objekt in der Mitte. Und ich konnte laufen und hab dann immer meinen Dingenzieher. Weil den kann ich auch extern gezünden, ne? Nicht nur der über mich, mir ständig stattfindet, der Blizzard. Und dann hab ich den so dreimal down bekommen. Hier hätt ich ihn nicht down bekommen. Was? Ich glaub mal, du hast kein Archivement bekommen, weil du das wahrscheinlich schon bekommen hattest, weil du letztes Mal, glaub ich, irgendwann mal dabei warst, oder? Danke, dass du trotzdem dabei warst, weil sonst hättet das bei mir noch für 20 Minuten gedauert. Oder ich wär draufgegangen. Also die höchste Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, ich wär draufgegangen. Oh, hier gibt's ne Quest hier hinten. Irgendwas zum Fertigmachen. Weil, wie gesagt, ich versuche jede Quest zu machen, die ich überhaupt auf der Map finde, sofort annehmen und wirklich sofort ausführen, weil wir dann nicht mühsam auf der Map da suchen danach, weil ich das mal nicht angenommen hab. Dank eurer Führung und meiner Zuflucht sind die Sanftmütigen gerettet. Das Licht wirkt tatsächlich durch uns alle. Obolusse, cool, ich hab jetzt schon 687. Volk mit der Reise des Pilgers. Könnt ich hier irgendwas machen? Volk der Reise der Pilger. Tour des Pilgers. Könnt ich hier los? Hier nix. Könnt hier sein, Alter. Ist das ein Zeichen, dass ich auf die andere Seite gehen muss? Nee. Nee. Die, Alter. Das Spiel verlassen. Mal kurz verlassen. Game verlassen. Ich muss gucken, ob das ein Bug ist oder so. Mach ich das komplette Game aus und starte auch den Hauptklienten neu. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Ansonsten muss ich die komplette Quest abbrechen. Wort hatte ich tatsächlich schon zweimal, muss ich zu. Oh, ich bin mir noch kapistisch. Oh, ich bin mir noch kapistisch. Dank. Arten. Pause ist lang genug gewesen. Wo ist das Ding? Ich bin weiter. Nein. Nicht, dass ich die Hauptquests wieder nochmal machen muss. Okay. Freue ich mich. Gucken, wann machst du die... ... ... ... ... ... ... was war auch ein 30 alter hier beginnt ein abenteuer für akarat digger für akarat die jetzt ist es los ist nix alter ich habe den alten bericht des pilgers gefunden folgt dem pfad des glaubens zu einer verlassenen wüstenkapelle stellt euch zu akurats füßen und folgt seinem beispiel und werdet belohnt hilfe wäre jetzt willkommen hallo wiedersehen ihr liebäugelt mit schmerz und tod verzeihung danke wartet nicht schlecht ja kommt mit mir oh mein gott man muss folgen drücken analysieren was haben wir hier noch es fehlt noch instanzen und lilith fehlt lilith und instanzen und nebenquests es fehlen vier nebenquests hier in diesem bereich von kyrgyzstan das heißt die müssen hier irgendwo sein auf der karte shit jetzt erstmal schauen wo muss ich theoretisch weitermachen ok ich muss weitermachen beim gebiet trockensteppe hast du die trockensteppe boah alter schlimm ey trockensteppe junge ui da muss ich hier hin ui da bin ich ja schon richtig relativ ne da bin ich doch nicht wir brauchen die points wir brauchen die points ja wenn du mitmachst dann kriegst du ja so oder so dein ansehen auch dadurch ne also von dem her dann hast du ja so oder so einfacher oh pvp gebiet nein verkaufen geht hier nicht ok dann muss ich zu dir hingehen ups sie wollte verkaufen nicht so auf ihr geschissen verkaufe ich wenigstens den ding 20,6 ui da können wir auch gleich hier noch diese ach so wird es nur pvp obwohl pvp ausrüstung digga die ist doch bestimmt gut oder und zwar beinschutz dingens alt rödel ja mal gucken was ist das schwächste was ich habe dufe 54 brust dufe 54 brust ist das schlechteste wenn ihr getroffen werdet während ihr blablabla 704 hallo schätzelein war gar nicht so gut edle qualität gut der wind ist euch wahrhaftig gewogen freunde 666 der wind ist euch wahrhaftig gewogen freunde alles nur gesundheit er bringt nichts egal war jetzt wollte er es jemandem heim zahlen ich glaube ich höre da muss ich glaube ich level 70 keine wieder pimpen zu tun ich glaube ich höre da muss ich glaube ich level 70 keine wieder pimpen zu tun jetzt habe ich ja noch die normalen punkte die sind hier nicht am start da muss ich noch weiter gehen hier ist sogar ein boss monster am start der gibt glaube ich 1000 punkte knapp aber wir müssen die den leutern gehen ich sag mal so mit dem team und so mindestens drei leute also zwei noch insgesamt sind die nicht schaden oh das ist eine quest ich habe nur pech wir haben ausgelost wer diese schicht übernimmt und ich habe schon wieder verloren beim letzten mal habe ich es fast nicht nach hause geschafft die bezahlung ist gut aber was nützt mir das wenn mich die untoten verspeisen wir müssen doch etwas tun können wir müssen doch etwas tun können ich habe keine lösung für die gleiche ich will nur eine ruhige schicht wenn ihr mir dabei helfen könnt gebe ich euch mein halbes gehalt das ist ja niedlich ich weiß nicht wie sie entstanden sind so wie überall sonst auch nehme ich an ich weiß nur dass der alte marsch der zuckerung ihre zahl kein stück verringert hat er hat sie eher vermehrt seither hat niemand mehr versucht sie loszuwerden das dauert schon aufgehört das dauert schon aufgehört 16 von 50 da hinten und der quest rein da hinten einger Alter, Späte. Kraftige Schwubbelwechse. Tschüss. Tschüss. Oh, Quest fertig. Ich gehe mal zuerst lieber auf. Lieben aber ist egal. Ich gehe mal zuerst. Da seid ihr ja wieder. Gerade rechtzeitig für das Ende meiner Schicht. Sie war ruhig, dank euch. Hier ist euer Lohn. Oha, ein trüber Kristall. Das ist ja pure Awesomeness. Pure Awesomeness, Alter. Uff. Was ist das? Ah, da ist eine Quest gedroppt. Wie geil ist das? Irgendwie leckt es hier ein bisschen. Moin Black Diamond. Und. Uff. Jetzt sieht ja cool an Digi. Hat feinend ausgesucht. Geht es wieder beim Dragon Ball einsammeln? Weiß ich nicht. Mikrofon aktiviert. Und Stiles, wie läuft es? Wo ist mein Update? Mikrofon needed. Mikrofon needed. Mikrofon activated. Ja, wie läuft es bei dir? Was machst du schön mit? Normaler. Langweilig halt, ne? Ah. Billig viel. Nicht mehr wert wie viel E3. Nicht mehr wert wie viel E3. Mit meiner Platte Digga. Da haben wir stramme... 25 Grad oder so. Nicht isoliert. Der Stein heiß ist... Wenn heißt Digi. Wortwörtlich. Heiß und staubig ist die Platte Digi. Wir sind ein Video. freudige werbung weg also so zum kotzen wieder du machst die werbung rein dann hast du vor deinem team nicht mehr diese scheiß werbung das ist absoluter dreck aber man kann nichts machen das ist immer einfach schlitten jetzt weiß ich nicht mehr was ich gesagt habe ach so ich habe gesagt ja wir haben circa 26 grad in der platte weil die platte ist nicht isoliert wenn der stein heiß ist dann ist der heiß alter an der hand dran machen und ich habe sonnenuntergang und da ist geil alter weil die sonne halt wirklich bis 21 uhr 22 uhr wenn ich pech habe wirklich drauf knallt manche platten sind schon isoliert aber meine uralt platte natürlich nicht ist auch klar da hast du das sternchen so von den namen muss ich ihm gleich mal gucken das sieht ja sehr stylisch aus das synchronisiert ja super mit deiner farbe charity 2008 9 geohnt von dem charity stern im doch leck mich doch am arsch das ganze keinem erzählen jetzt ist so bodenlos es ist so bodenlos ein gutes zeichen komisch es gibt immer mehr im game auch so ne komischen sachen wo die gegner irgendwie sind da also die sind eigentlich nicht da was ist mit dem server los junge was ist denn das hier der darf gar nicht sein weil ich gerade aber server legt es ist dass ich so kommt ihr denn auf mich alter und bei dir alles fein ich kenne ja sogar manche leute die wohnung dass um direkt unter so einem dach alter und da heißt sich das auch richtig krass auf man direkt unter dem dach wohnt dach so holzig ist nice was gibt es gerade hier in berlin ist hier eine veranstaltung wovon ich mal wieder nichts mitbekommen habe und hat jetzt gerade aber nach der mission startet so meiner meinung nach wir haben irgendeine zerdepperte kirche wo man gerade der name nicht einfällt ich glaube frauenkirche die sieht ganz nett aus weiß gar nicht haben sie die inzwischen aufgebaut oder ist ihnen immer kaputt also ich bin jahrelang die kaputte gewöhnt ich weiß jetzt nicht ob die auf die glanz gemacht worden ist oder nochmal kaputt ist ansonsten wäre die geil kaputt sieht halt cool aus dann haben wir noch die den alexanderplatz mit dem gammelbrunn wie ich auch immer sage da ist die weltzeiten uhr am start und brandenburger tor dann noch die goldilse oder else wie man dazu sagt so ein goldener engel da irgendwo in der city wo die love parade immer durchgeknallt ist aber mehr fällt mir jetzt nichts irgendwie interessantes ein muss ich ganz ehrlich sagen ansonsten haben wir ja geile techno klubs und so aber weiß ich nicht haben glaube ich noch so technisches museum was aber totaler shit ist also ich finde es ja krass ich meine war da mal drin er war so zu tiefst enttäuscht er nur uraltes ding alter ein paar führer relikte jetzt ohne scheiß wortwörtlich und ja irgendwie uralte technik die schön verstaubt auch noch ist ne weil die anscheinend keine arbeitskräfte haben und du denkst dir echt nur noch geil alter und die scheiße hat mich eintritt gekostet also das unangenehm alter unangenehm aber sonst wüsste ich jetzt nicht was da irgendwie interessantes ist und wenn ich ins schwimmbad will in berlin der geht ran berlin da haben wir so heißt das müggelheim oder müggel müggelsee irgendwo da da gibt es hier an der seite irgendwo hier halt berliner straße da ist auch erkner in der nähe und berlin hessen winkel dann immer geradeaus und so und dann ist da dieser müggelsee und da gibt es da wird gerade umgebaut da gibt es rechts fkk und links das normale und das ist eigentlich sehr angenehm da gibt es auch lecker eis und so dann kannst du dir da was kaufen zum schwimmen falls du noch nichts am start hast ist sehr 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 geil da finde ich zumindestens also mit dem bus entfahren da ist direkt eine haltestelle am still und von von mitte aus überhaupt keine probleme und das wetter ist gerade perfekt dafür kann man sich übrigens auch ich glaube am weiter links vom strand kann man sich glaube ich sogar was ausleihen zum schwimmen weil irgendwie so ein sub oder so weiß ich nicht 100 prozent jetzt war zumindestens so ja immer der gerne esse ist so eine milchreisschale mit kaltem reis schmeckt nach vanillemilch und so sehr nice das ist so nice das ist so nice das ist so nice ich habe gerade masturbiert gelegen was denn da los bald in der sechsten stunde ich mache immer vor sieben stunden aus nicht lange zocke damit weil ich stehe sonst immer schon zu spät auf und steils was zockst du als nächstes hast du da irgendein game im auge ja ich glaube ich habe es noch auf dem rechner bin aber nicht zu hundert prozent sicher hast du doch sogar den dlc gekauft und nicht mal gespielt ja weil ich gedacht habe wir zocken gemeinsam du stück ich muss das jetzt mal runterladen wieder 80 gigabyte mittlerweile oder so ja egal genau der ist zwar kein irgendwann hat kein hit bei ja der ist so krank genau 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 ja bockst du noch immer diese komischen pfe modus da in den call of duty gerade ja ja das ist verpackt gewesen eine stunde oder so gerastet du meinst das liefen hat backhaus gelöst ich sag mal so wenn ich kein Diablo hätte dann würde ich auch weiter Call of Duty zocken weil es gibt ja nichts anderes irgendwie was Spaß machen würde also Farmboy hat gesagt der zockt ab und zu noch WoW äh weil ich vergesse wieder wie der Seton heißt muss ich sagen immer wieder ich weiß nicht alter ich kann mich nicht überwinden WoW zu zocken also einfach zu altbacken für mich das ist was ist altbacken? war du Warcraft WoW ist tot das ist schwierig es kommen ja noch glaube ich dieses Jahr geile Loot Shooter wenn ich mir nicht irre so kacke wir hatten ja mal irgendeine Testversion gezockt wo wir wirklich alles unzerspielt haben was geht an Charakteren und Möglichkeiten und das hat uns übelst Spaß gemacht wo wir mit drei Leuten rumlaufen konnten aber mir fällt der Name nicht mehr ein 1st Descendant oder dessen irgendwas ich weiß nicht 1st Descendant oder so ne ja ja umständliche Namen alter das wird aber auch nichts jetzt schon so ne Asiaspiel die machen ach ich denke trifft Rob ist ja kostenlos oder? sehr kostenlos aber manchmal keine Sorgen ordentlich Reipellen für den Rest aber krass alter ich habe genau denselben Spaß und das Feeling wie ich in der Testversion habe er hatte in Diablo aber ich mache mir wirklich jetzt langsam Sorgen dass ähm ich spiele jeden Tag knappe 7 Stunden mit dem Game du nimmst ja der brennst dich halt komplett aus mit dem Game irgendwann hast du keinen Bock mehr ja so wie du das immer mit Call of Duty machst ach lass dich aufregen jeden Tag das ist so buggy das Spiel wenigstens ärgern dich nicht hier irgendwelche Leute die cheaten oder so bei Call of Duty auf jeden Fall äh viel entspannter vielleicht werde ich mir auch einen Hardcore Charakter mal erstellen aber nur wenn ich hier komplett äh quasi durch bin mit allem drum und dran und das Game wo man unendlich nach oben hochlaufen kann weiß ich nicht sind eigentlich Games von man muss sozusagen unterirdischer Qualität die eigentlich wirklich nicht so gut sind aber sie eignen sich glaube ich gut für Streamer die eine große Community haben aber an sich so für einen alleine ist das man muss das wirklich so sagen das ist ein normaler Mensch schockt sowas wir sind einfach zu primitiv fälle von fünf von fünf mal hin mal hin nice legendärer mal hin muss ich machen irgendeinen Priester kill also ich äh wie ich äh hier in jede Pfütze spiel was ich auch empfehlen kann ist eventuell schauen ob es hier in Woltersdorf in der Nähe ähm ein Hotel gibt für ca. 40 Euro am Tag kann man sich ja mindestens einen Tag leisten äh da kann man da in Woltersdorf in die Seen schwimmen und so weiter das ist übelst angenehm auch alles hier in der Nähe ich wohne am Rand Berlin-Hessen-Winkel da hast du halt Erkner dann kommt Woltersdorf dann hast du Rüdersdorf dann bist du eigentlich wieder in Berlin beziehungsweise bei Berlin-Hessen-Winkel da bist ja sowieso wieder Berliner Straße dann geht es tief rein da kann man theoretisch auch durch den Wald fahren weil da haben wir eine richtig geile geteerten Weg kann man direkt wieder da rein quasi nach Berlin-Mitte durch den Wald alter die hier die 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 Ich kann das eventuell abbringen. Dann macht es gut. Und der stramme Schmied. Haben wir eigentlich schon Penn? Nein. Du meinst die campen? Ja, das ist ein Moch-Spiel. Ja, das ist in der Ecke und schwitzt. Das heißt Call of Camping, Alter. Standard. Die Schwitzer Edition. Das ist aber jetzt auch nichts Neues. Du regst dich ständig über Sachen auf, die schon... Das ist das Game. Gut. Qual ist der göttliche Katalysator. Eure Knochen werden brechen, während sie wachsen und sich winden. Ihr Kind haben Morrisone. um neu geformt zu werden. Fell, Fänge, Hufe und Hörner. Trinkt nun von dem Blut und der Galle. Während die Menschheit verblutet, wird die Hölle ihren Platz einnehmen. Aldiabolos! Dul Mephistos! Turbalos! Was war denn passiert? Suff gewesen, als er das gemacht hat. Öffne die Tür. Kammer. Ich hab letztes Mal, auch krass, ich hab letztes Mal einen Typen gesehen, da hat er an der Kasse bezahlt und er hat tatsächlich, das muss ich eine Zeit lang betrachten, er hat eine VIP-Karte für einen Puff in Berlin gehabt. Eine Flatrate fürs Knattern, Digga. Ich wusste gar nicht, dass das Wort existiert. Ich habe gedacht, was hat der da? Habe ich gegoogelt, das gibt tatsächlich VIP-Karten mit einer Knatter-Flatrate, Alter. Was? Ich möchte gar nicht wissen, wie viel das kostet, ey. Schlecht ist das, Alter. Hier im Auto einpendeln, wir da links, rechts, rum und treffen alles, Alter. Da ist Konsolen-Dreck-Spielerisch. Puh, da war ja nicht lange B-B-Dingensen. Nervige Schuss. Abgedacht, der taumelt schon wieder. Ah, come on, D. Ah, come on. Es wird so dauern, Mann. Ach, gar kein Bock, ey. Oh, nee. Alles ist voll, Alter. Ich bin überall vorbeigelaufen beim Zocken, ey. Das müssen doch noch Quests irgendwo sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Da muss ich zuerst die nehmen, die am schwierigsten zu erreichen sind. Da hinten. Wir sind nur zum Teil da. Ja. Aber ist der jetzt nicht, was ist denn jetzt da? Und war das nicht da, Alter? Wer greift mich denn hier an, Junge? Ja, jetzt ist er da raufbeschworen. Nur weil der Sauber ihn weg hat, ey. Hammer hat. Jetzt hat er alles kalt gemacht, ey. Das ist nicht normal. Drei Gold. Ich habe mehr zurück, wenn ich meine Pfanddosen abgebe. Oha, oha. Ich glaube, da ist ein Boss am Start. Ich glaube, da ist ein Boss am Start. Wo war das gerade, Alter? Das sind nur die Legionen, ey. Mmh. Egal. Das wird auf jeden Fall krass. Und hier treffen sich jetzt die Hardcore-Player. Definitiv. Oh, das wird so abgehen. Ich erwarte wenigstens zwei Legendäre. Das ist jetzt schon. Wollen wir wohl hoffen. Da reingepayt habe. Frank trinken, Alter. Nicht vergessen. Wegen XP-Bonus. Immerhin fünf. Fünf Prozent, glaube ich. Mehr XP. In der Masse merkt man das natürlich. Ich weiß nicht. Warte mal, hör'n. Wo noch so was? Erhüte Erfahrung, wenn ihr Monster tötet. Jetzt! Was ist das, Alter? Das bin ich ja noch gar nicht. Hat das ein Mensch manuell hingelegt? Ist das ein Skill oder was? Was ist das, Alter? Auf jeden Fall steht da eine 7. 8. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Die Leute, die in der Nähe sind oder löse ich das aus, indem ich da drauf... Scheißegal, das gibt nen ultimativen Bonus, ey, wenn das nicht... Wird's da doch ein Fehler sein. Das geht hier ab, oder? Da, Alter. Jackst du doch keinen auf Fußbilder, oder was? Das gilt, glaube ich, nur für 12 Leute, die in der Nähe sind, oder? Oder 13 Leute sind jetzt hier? Ich weiß es nicht, also es sieht nicht aus wie 13 Leute hier. Das ist das Koma. Ja, was passiert denn bei dir jetzt? Erzähl mal, Junge. Ich bin im Haus rum, guck mal an den mit deinem Auto aimen, Bruder. Er ist nicht auf mir drauf und holt mich raus, Bruder. Er ist so ein Hurensohn, Alter. Die müssen nicht mal aimen können, diesem dreckigen Misitz, Alter. Es ist so ein mülliges Spiel, ohne Witz. Das kannst du nicht dir angucken, Alter. Ich fahr mit ner Karre übel schnell an ihm vorbei, ne? Und ich sehe in seinem Replay, Alter. Er war null auf mir drauf. Null. Digga, wie sein Auto eben da hinterher zieht, Alter. Und mich nicht mal... So ein Dreckspiel, Digga, ehrlich. Konsolenmüll vom Herren. Nie wieder kaufe ich ein Game, was so heftig konsolenlästig ist, ey. Call of Duty! Aber nach wie vor, Call of Duty hat Best Hit Gun und Gameplay, ne? Das ist praktisch. Ja, bringt nix. Nur Kronos, Arschlöcher und Auto im Herstall. Da müssen die nicht mal selber aimen, Digga, legal halten. Ohne, dass sie gebangt werden, ey. Ja. Eigentlich jetzt spawnen. Wups, da ist er ja. Oh, das ist Schwabelline, Diggi. Die dicke Schwabelline ist das. Ja, das stimmt. Da haben wir das. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Alles stimmt. Ja, ich bin. Um seil zu sehen. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ok, das stimmt. Worte sagen. Ich bin. Du bist so schnell. Ohne. Genau. Das war's für heute. Weil der Gegner da dauernd fast minimisieren kannst. Mach doch mal dein Weiß aus. Ich will deinen Sound nicht hören, Schmutz. Muss ich den wieder wegnehmen? Am besten sind die, die irgendwie im Controller ein Mikrofon drin haben. Du hörst einfach jeden Scheiß. Aber was willst du machen? Ich mute das auch immer alles, weil das bringt ja nichts. Wenn ihr auch noch irgendwelche Mucke dabei hören, dann klatzt ihr die auch mal. Dann hörst du sowieso, du hörst ja sowieso keine Schritte, aber danach... Ganz schlimm, Aja. Es regnet irgendwo in der Nähe. Ich habe die Regenluft gerade am Standort. Ja, nicht mehr. Ich habe die Regenluft gerade am Standort. 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 Okay. Alter. Waren die so schnell beim Killen, dass ich immer ein Pferd geschafft habe, mit dem Turbomotor hinzukommen? Okay. barbelline ist selber am start los dicken mooskeule alter alle drei kisten am start und nichts legendäres gedroppt es machen kann es keiner mehr da alter wieder zurück nach brocken steppe eine war so wie immer selbst wenn ich das game in aller höchster stufe habe habe ich trotzdem noch 140 170 gab ich gehe davon aus dass es halt wirklich nur für leute ist die neuere hardware haben wird die älteren nicht mehr so richtig ja das ist halt gar nicht wie sagt fortnighter tausendmal bessere grafik ist ein ganz anderer style aber hat wirklich tausendmal hat wirklich tausendmal mehr details weitsicht und 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 das sieht selbst in der weite noch alles wunderschön aus muss man so sagen unabhängig davon was man vom stil hält und die performance ist saftig ja und dann guckt man sich call of duty an wo so gut wie gar keine details sind also erglichen halt mit mit epics legends beziehungsweise fortnight und das ist wirklich in keiner relation was das game an power benötigt das muss man ganz klar schon sagen als ganz 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 schlecht optimiert call of duty also ich kenne leute die haben 20.000 euro rechner und die kommen auch gerade mal knapp unter 200 kommen die und da denkst du dir auch nur noch oder mit so einem dicken ding mit oc sogar noch auf knappe 200 beziehungsweise darunter kommst dann ist alles verloren dann ist alles verloren was machen die team jetzt die sind auch so nutzlos die kommen raus wenn die am boden liegt dann kommen die raus und nicht mehr und die stellen wenigstens zurück gar nichts die kommen erst raus wenn du gefinisht wurde ist dann kommen die raus aus ihrer dreckshüge die kämpften dann teammates alter schmutz dog water dann klauen sie noch die waffen alter echt echt und jetzt schon dahin und dann kämpft die 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 Bleib stehen, du Scheißteil, du Räudiges. Alter, das ist... Oh, der Schwabbel hat was. Machen. Schau mal an Grenzen. Mücken, was die, oh mein Gott, was die für ein Damage machen, diesen Scheißviecher, der verdammt ist. Alles easy. Zeig dich doch. Ey. Nein, schon wieder. Trotz, Mann! ...wagt es seine Armee an diesen Heiligen aufzuführen. Zu lange haben wir ihre Ignoranz und ihren falschen Glauben toleriert und sie mit Kräften spielen lassen, die ihr Verständnis übersteigen. Nun werden sie die Last dieser Torheit für alle Ewigkeit tragen. Ach, war ich nicht. Ich stecke nicht. Jetzt schon das zweite Ding, weil ich jetzt schon schnell bin. Klingt nix. So. Klingt nix. Bring mal weiter rum. Wie ein Flummi, Brody. Ah. Die Team, ey. Diggy, ich feite alleine gegen drei Leute. Das ist doch auch so lost. Wenn ich wieder geteamschüttelt von zwei, ja. Die kämpfen aus wie die Lollis, ey. Ja. Äh. Dogwater, Mates. Sexpack. Pff. Bist du auf Dogwater gekommen, Alter? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist von Martha. Er steht auf Dog. Ah ja, steht da. Das ist eng. Rote Rakete, rote Rakete. Mein Hund macht Milch, ja. Was für die Milch? Du denkst schon wieder an die Sahne, Alter. Das ist nicht normal. Digga, das hat der South Park, Junge. Das kennt doch jeder, du Schmutz. Nee, ich kennt nich. Ach, hör auf, Alter. Ich werde wieder von weißen Substanz. Ach, Digga. Du wirst auch ganz viel weiße Substanz in der Nase bekommen, Alter. Weiße Substanz im Dreh hier. Ja. Ja. Wollen los. Ups, 6,20, Alter. Das ist jetzt auch das Letzte, was ich mache hier. Dann. Ja. 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 Zu viel Zeit, Alter. Eh? –Hm. Nope. Here is a Moot. Wird immer schreien, Alter. Wofür – oh moment Ok, dann muss ich. Ok, dann muss ich. Oh, funktioniert nicht, muss ich echt. Wer castet denn hier den Scheiß? Oh, dieser Dicke hier, ist ja ein ganz Dicke, Alter. Blutkiefer. War unheilig gewesen, Alter. War unheilig gewesen. 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 Der kostet nur das Wochenende. Wir haben auch diesen Z-Person-Modus dann auch ausgenommen. Echt? Das kann man nicht mehr spielen. Wir haben heute Geld auch rausgenommen. Wir haben so einen anderen Trash-Modus gerade reingemacht. Die MZ haben uns auch schon wieder zurückgesetzt den ganzen Fortschritt. Ich bin ja regelmäßig zurückgesetzt. Damit man quasi mal wieder was zu erspielen hat. Quasi mal wieder das Zeug weggenommen. Weil... Fortschritt ist das wegen... ... 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 26 gezockt ich bin zufrieden ich sagte geben macht spaß also ich habe jetzt seit release oder wieder teil seitdem glaube ich vier oder sechs tage früher zocken bis zum jetzigen tag alter durchgängig wirklich spaß gehabt mit dem game wirklich durchgängig war kein einziger tag langweilig hier in diablo egal ob allein oder mit kollegen es hat wirklich permanent spaß gemacht das ist definitiv daran merkt man dass es ein gutes game ist ja das stimmt habe ich auch gemerkt du hast viel mehr spaß wenn du wenn du mit wegen zockst da mit freunden nah das ist und die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit einem Flammschild, ey. Warum nur Flammschild? Alles Flamme, Alter. Oh gut, mit der Regulation muss ich näher und dort einen Potz schlucken. Schlecht alles, Alter. Eure Gebete wurden offenbar erhört. Da geht's beim Zocken. Premium. 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 Und im Haus. Aber das ist viel. Und die Junge sind das für ein Abschluss. Alter, boah, Bruder, wie ich esse. Wo ist hier? Oh, hier ist er noch. Oh, hier ist er noch. Ja, die sind im Schwimmbecken, am Paddeln, Bruder, in Häusern, am Stehen und nur am Ab-Ammen. Bist du mal was sehen? Im Schwimmbecken am Paddeln, Alter, hör auf. Echt jetzt? Ja, die sind am Tauchen im Wasser. Und die stehen auf dem Dach und warten, bis sie mal was sehen irgendwann. Und die campen im Wasser da, während die da... Was hab ich noch nicht mal erlebt? Oh, tu dir. Das haben sie jetzt davon gehabt. Sterben sie gleich. Auf jeden Fall die geilsten Abenteuer, die... Boah, ist das heftig. Mir fehlt jetzt nur noch die Trockensteppe, bis da jetzt. Ansonsten bin ich komplett durch. Selb Regionsvorschritt. Einfach halt. Aus. Du, Kursi, der. Guck mal, der liegt da auf dem Dach, Bruder. Alter, was für ein Mensch. Gib mir mal eine Waffe. Das habe ich am meisten noch drei verschiedene, Alter. Das ist ja krass. Nicht komplett fertig mit Brustgegenstände. Muss ich mir nur noch Köpfe kaufen, am besten die ganze Zeit. Und dann ist ja bald komplett fertig, Alter. Science, muss ich wirklich sagen. Also diese Science hier sehen echt wunderschön aus. Viel, viel besser. Auch klassenspezifisch wegen dem Eis, was ich verwende. als der ganze Shit, der im Store drin ist. Das sieht wirklich nicht so schön aus wie das, was ich gerade anhabe. So, dann werde ich jetzt den, äh, den heiligen Schnuffler starten. Ich, äh, verabschiede mich für heute. Und, äh, bin morgen wieder, glaube ich, am Start. Und immer wieder so circa ab 21 Uhr, vielleicht auch schon ein bisschen davor, aber normalerweise wird's immer spieliger wie später. Ich hab keine Ahnung, wie, wie, wie gesagt, andere Leute das immer, äh, mal hinbekommen, Alter. Ich, weil ich halt auch nicht weiß, was, was mach ich halt, ne? Bin ich am Grillen, äh, mit Kollegen? Dann, äh, esse ich da gemeinsam halt sonst irgendwie, äh, bin ich mit Kajak unterwegs und, und, und. Also ich hab keinen Plan, wie, wie andere das machen, dass die irgendwie die ganze Zeit, äh, zu Hause da am Rumkippen sind. Weil, das Wetter ist halt einfach nice und da sollte man halt wirklich draußen sein und mit seinen Kollegen was machen, weil, ähm, wird's ja halt irgendwie, irgendwann wieder arschkalt und dann stehst du halt doof da, ne? Ah, also. Wollte winken, wollte so machen, so. Nein. Die Big Digi. Ah. Danke fürs Zuschauen. YouTube. Aufzeichnung, beziehungsweise Twitch Live. Ah. Aufzeichnung, beziehungsweise Twitch Live. Aufzeichnung, beziehungsweise Twitch Live. Aufzeichnung, beziehungsweise Twitch Live. Aufzeichnung, beziehungsweise Twitch Live. Aufzeichnung, beziehungsweise Twitch Live.